Schande, Schande! Na ja, ihr habt eine gar schöne Haut. Schande, Schande! Die Schau ist vorbei, verteilt euch! Liebe Liesse, was ist passiert? Was ist mit dieser Frau? Ich habe keine Ahnung. Das wird geschehen sein. Das hat bestimmt... Oh, dann guck mal! Schmeiß doch gern! Meine Majestät, nicht ihr euch zu diensten? Schön! Das wäre der Moment gewesen, wo wir unseren alten... Ach, ich muss... Ach, mein Kopf schmerzt etwas! Deswegen müsste ich die Menge hier auch gerade auf... Richtig, ja. Naja, vielleicht hält sie ja auch mal ein Neckarchen. Das finde ich auch, ja. Der Arme ist in mir, hat getan. Dann kannst du ihm ja auch ein warmes Fett bei dir anbieten, weil... Oh! Ja. Die Leute ist in mir! Ich bin aufgeregt... Ich bin so ausgeregelt... Wie kam es vorher aufgeregt! Du schenkst, wie wir es... Die Leute hier rausgehen... Lass uns aufgeregt! Ja. Ich bin so ausgeregt! Vielen Dank. 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 Ja, Vater hat sich Mühe gegeben, sich ein paar mehr Haare wachsen zu lassen. Und aus Dankverkeit, ihr könntest mir danken, indem ihr niemals irgendwelche Putschversuche startet oder ähnliches. Ich werde weiterhin die Seele der Loyalität sein, eure Majestät, wie ich es zwei Staffeleien mit einem ungünstigen Ausrutsch, der doch immer war. Aber jeder macht mal Fehler, aber jeder macht mal Fehler, aber jeder macht mal Fehler, nicht wahr? Ja, aber die meisten verlieren danach ihren Kopf, also... Mich genöße das nach Hühnchen. Ja, man muss eben auch wissen, wie man das Leben zu navigieren hat, Meister. Ja. In der Tat. Ja, auch unter anderem an seiner und an seiner und an der Ausstrahlung der Prinzessin. Ja, ich habe weise Worte, deswegen seid ihr der Meister. Die willst du nun nicht auf dem Ei. Das ist richtig, da habe ich sehr lange für geübt. Sehr gut weitermachen. Vollheitlichkeit. Meine Prinzessin. Was war das denn? Ich möchte wieder ein richtiges Niederknien. Meister das Problem. Natürlich, Prinzessin. Gut, ich hoffe, dass ihr mich weiterhin belustigt. Gewiss, gewiss, natürlich werde ich das machen, sobald ihr das verlangt. Sagen Sie, haben Sie in den letzten Jahren zugenommen? Absolut nicht, nein. Wie wagst du, so etwas zu behaupten? Nun, dann ist das Kleid ein bisschen unschnittig. Sowas möchte ich nie wieder hören. Gewiss nicht, gewiss nicht. Ich denke darüber nach. Sehr gut. Sag nur das Wort. Aber natürlich. Denn wie ihr wisst, bin ich dem Königshause wie immer stets zu Diensten. Aber natürlich. Königshause. Königshause. Ach, Königshause. 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 Nun, ich werde meine Augen waschen. Ich kann putzen, ich kann putzen. Nein, ihr müsst nicht putzen, Prinzessin. Ich bin doch dafür da. Ich habe gesagt, ich putze meine Augen. Ach so, ja. Soll ich Ihnen helfen? Nein, Majestät. Ich kann das alleine. Ja, dann viel Spaß. Ihnen. Oh, mein Thron. Nun, Vater, könntest du die Rede wiederholen? Die gesamte Rede wiederholen, natürlich. Ja, bitte. So evitiert den Pöbel. Steuern runter, alles noch. Oh ja, ich brauche mehr Geld und mehr Geld. Ruhe. Bla, bla, bla. Asti bald, Schelm. Wählen, ob freigelassen. Nein, nein, nein. Gelangweilt von diesen Versammlungen. Darum willkürlich entscheide ich. Nun, Asti bald wird freigelassen. Bla, 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 bla. Fertig. So war es doch da. Nun, das wurde auch langsam Zeit. Wunderbar. Schön. So werde ich nun die wichtigsten Angelegenheiten klären mit meinen engen Beratern und daraufhin werde ich eine kleine Wanderung mit meinem Hofstatt durchs Schlosse machen und gar allen zeigen, wo sie zwischen wohnen. Denn wir haben ein wenig umstrukturiert. Ich bin sicher, es ist nur besser geworden, eure Majestät. Sehr gut. Oh, Willy. Nein, der größte Herrscher, König Shagos aller Zeiten. Ich habe da vielleicht eine Angelegenheit, die eure Aufmerksamkeit bedarf. Dort draußen befindet sich eine edle Dame, die behauptet, ihre Tochter zu sein. Mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ein weiteres Mitglied der Königsdynastie? Wo wirklich ein Unfall hat? Wo bleibt die Freude? Wo bleibt die Freude? Großer Antiklort endlich! Sehr schön, sehr schön! Nun soll ich sie dann hereinführen, denn sie scheint mir doch nicht von geduldiger Natur zu sein. Alternativ kann ich sie auch einfach in irgendeinem Graben entsorgen, aber nun... Die Alternative klingt sehr gut. So bringe er sie herein. Ich antizipiere schon wieder so viel Harmonie am Königshof, diese Stoffe bei Wundervoll. Ähm... Es kann gar nicht genug Adel geben. Ist das jetzt so eine Fantasie, Schwester von mir oder eine richtige? Deine richtige. Ich weiß, du hast versucht, sie zu verdrängen, aber sie ist wieder da. Ich hatte bei der Anmeldung auch das Internate 753 Jahre angegeben, aber... Aber sie ist zum Beispiel. Ich dachte, sie bleibt weg. Wenn sie schon wieder vom Internat geflogen ist, dann kann ich doch nichts dafür. Willi, du hast noch eine Schwester. Frau Locke. Sehr gute Arbeit, Frau Ehrlichkeit. So eine richtige Schwester. Oder auch eine, die mich nur anbrüllt. Aber Willi, du bist doch mein liebster Lieblingsbruder. Weißt du, Willi, in dem ganzen Jahr hat sich echt viel verändert. Willi, oh... Das war ich. Es ist jetzt ich. Ergibt sich Mühe, Kind. Ergibt sich Mühe. Ich mir auch. Gibt dir mehr Mühe, Willi. Ja, alles klar. Tut mir leid. Das war ich. Dies war mir knapp, eure Majestät. Was habe ich gesagt über jeden Hebel hier? Finger weg! Finger weg vom Hebel. Aber der hat mich so angelettet. Ich habe das Gefühl, es ist sehr tief hier unten. Es ist sehr kalt. Was ist das? Was ist das für ein Loch? Ein großes. Ich glaube, ich habe mir irgendetwas gebrochen. Mein König, ich präsentiere euch eure vermeintliche Tochter, Prinzessin Lelina von Astelot, ihres eigenen Zeichens her. Es ist mir eine Hilfe, eure Bekanntschaft zu machen, eventuelle Prinzessin. Und findet schon ein Lachen weg. Bis dann. Das tut mir leid. Ihr kommt gerade rechts zu einem ganz normalen Moment am Hofe von Astelot, Prinzessin. Wie ich sehe, wurde umgegraben. Eine vorzügliche Entscheidung, eure Heutlichkeit. Ach, Gott, kann hier sogar klopfen. Tretet vom Teppich! Ruhe! Disziplin! Oh! Vater, ich bin zurückgekehrt! Frohlocket! Die vergessene Prinzessin, sie war gerade zurückgekehrt vom Internate! Wie, vergessen? Hast du nicht vergessen? Weißt du, Vater ist... Nein, aber die 153 beantragten Jahre gingen schneller vorbei, als ich dachte. Vater ist sehr alt und vergesslich geworden. Er fragt, ihr teilt von euch, Prinzessin, und wie sehr er euch vermisst. Oh. Und jeder kennt euren Namen. Aber das gibt ihm trotzdem nicht. Das reicht, mich als vergessen zu betiteln. Er ist alt. Ich hatte vergessen, dich nicht als vergessen zu betiteln. Sowieso tritt hervor, Tochter. Du bist groß geworden. Naja, ich bin ja jetzt auch 18. Du hast mich in die Besserungsanstalt gebracht. Das ist ein Lotter. Ja, weil dort alles besser ist, dachte ich. War es nicht besser als hier? Nein, war es nicht! Das kann ich mir vorstellen, Vater. Du bist ein Schuftvater. Aber warum, ich geh mir doch... Kinder, das ist mir unangenehm von dem... Der König hat immer bester Absicht. Du steckst euch alle die Ohren aus. Ihr habt das nie gehört. Hier ist nur Harmonie in der Königsfamilie. Vielleicht gefällt euch alle die Ohren aus. Auf königlichen Geheiß. Vater, wo ist denn mein Platz? Dein... Oh. Willy. Du, steh auf! Da, wie doch! Was tut das? Ja, eure Hoheitlichkeit. So organisiere einen weiteren Thron. Oder das Nächste. Ich habe doch gar nichts gehört. Hervorragend. So schnell wie möglich wird es erledigt, nur Hoheit. Das Nächste Mal will ich aber einen eigenen Stuhl. Ja, ja, ich werde sofort einen Stuhl... Lerlina, also, weißt du, Lilly furzt gelegentlich in diesen Stuhl. Der lebt ja doch. Bäh! Du flüsterst sehr laut. So, wir kümmern uns um Familienangelegenheiten später. Mein Kind, es ist so schön, dass du wieder da bist. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie kann ich dir das nicht glauben. Ach, super, dass du da bist. Jetzt verlangt, was du jetzt... Nun, wie schade, dass ich schon wieder arbeiten muss. Arbeit, Arbeit, königliche Arbeit. Könige müssen... Moment, Vater, wo ist mein Zimmer? Da. Gut, so soll sie beginnen, die königliche Schlosstour. So folget mir. Verzüglich. Keine Wahl in der Tat um eure Rolle. Eure Majestät, soll ich ein andermal wiederkommen? Für die diplomatische Mission. Natürlich. So, 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 schau doch mal in eurem Hause nach. Und, wie habe ich mich benommen? So rückt mich im wenigen Stunden wieder auf. Es könnte noch ein wenig möglicher sein, Prinzessin. Vielleicht ein Moment um dieses Chaos hier. Ja, ja. Ja, wie gut es wäre, wenn man noch eine Hand hätte, nicht wahr, eure Majestät? Ich wünsche euch... Nun, mein Zimmer ist gar das gleiche. Liege ich richtig? Ich nehme an, ich liege richtig. Alles beim alten Pfad. Vater, ignoriert uns da sogar beide. Mhm. Er. Manchmal ist er auch ein bisschen schwerhörig. Ich komme nicht vorbei, kann man nicht weitergehen. Und wer ist dieser Willi? Ach. Willi ist... Incessin! Unser Bruder. Oh nein, nicht die neue Zufre. Ich wollte berichten, das Zimmer ist dasselbe wie das andere, äh, das letzte Mal. Nun, ab Dank. Ja, was möchtest du sagen? Diese Zuffe ist mir nicht geheuer. Ich stimme zu. Und wer ist der alte Mann da? Das ist der Meister. Es ist mir eine Freude, eure Bekanntschaft zu machen, werte Kronenträgerin. Wir hatten noch nicht das Vergnügen, da ihr seit wenigen Sekunden hier seid. Ich bin Prinzessin Lalina von Rastalot. Von Rastalot, in der Tat. Und ihr seid nach wie vor auch Prinzessin, wenn ich das richtig sehe. Hm, aber ist das korrekt? Wartet kurz, bin ja nix. Haben wir das Glück, dass wir nun zwei Prinzessinnen hier in Rastalot begrüßen dürfen? Absolut korrekt. Wahrscheinlich, ja. Welch Freude. Nun, dann folgt mir doch, um dem König zu folgen. Hübsches Kleid tragen sie da. Nun, ich möchte meinem Vater nicht folgen. Lalina, ich wünsche dir viel Spaß. Alles, was mit Vater zu tun hat, ist sehr langweilig, weißt du. Deswegen bin ich lieber draußen. Ja, ich versuche es auch zu ignorieren. Dankeschön. Meld dich, wenn du was brauchst. Mach ich. Nun steht so freundlich wie ihr und je. Ich liebe euer Lächeln. Sehr wohl, immer gerne. Natürlich hauptsächlich für euch reserviert. Seid ihr erfreut, eine Schwester zu haben? Ja, absolut. Natürlich. Es war stets mein Wunsch, dass meine Schwester zurückkehrt. Ja? Ich kann es auch kaum erwarten, auch eine weitere Person zu beschützen. Absolut korrekt. Nun, ich verschwinde. Viel Spaß. Ich verspeisse dich später. Nun, ihr wundervollen, gar prächtigen Burgwachen. Wie geht's euch? Ja, man kann nicht klaren. Es zwickt ein bisschen im Rücken, aber sonst ist es okay. Das kann ich mir vorstellen. Ich hätte gar keine Lust, solch eine schwere Rüstung zu tragen. Für euch tragen wir die Rüstung liebend gern. Nun denn, bitte fangt keine Liebelein an. Das kann ich nicht versprechen. Das habe ich gehört. Ja, gerne. Wo ist mein Pferd? Na, hoffentlich da, wo meins auch ist. Hey! Vorsichtig hier. Bis dann. Zert gegrüßt. Oh, die Pferde. Die Prinzessin flieht. Die Prinzessin flieht und keiner kriegt es mit. Keiner kriegt es mit. Zert gegrüßt. Freedom. Freiheit. Haha. Prinzessin, wie schön, euch zu sehen. Seht, Astibald bettelt nackt um Essen beim Hause Weberlichingen. Ich bin auch nur ein Mensch. Ach, sie haben dich rausgelassen. Wie fühlst du dich? Du hast keinen Status mehr, oder? Überhaupt keinen mehr, Prinzessin. Wo ist deine Familie? Und so wie es aussieht, habe ich gerade keine Richtige. Ich will doch wirklich nur irgendwas essen, bitte. Lass mich da doch kurz rein. Habt ihr nichts? Nur in meinem Haus, ja. Vor allem die Spitze zugrunde geht, nur weil er nicht etwas von seinem Essen entbehren könnte. Nicht wahr, Weberlichingen? Das würdet ihr doch nicht zugeben oder machen. Prinzessin, ist es euer Wunsch, dass jener Essen erhält oder hin vor Ort gejagt wird? Nun, gebt ihm etwas zu essen. Für euch, Prinzessin, werde ich es gerne tun. Das ist kein schöner Antlitz für Rust-A-Lot. Ja, zeigt größer. Da habt ihr wohl recht. Habt ihr nicht. Ritzelwicht, wo ist mein getreuer Diener? Es ist Essen vonnöten. So, hab Dank, Prinzessin. Hab Dank. Ach, natürlich. Vor dem Tore, Ritzelwicht. Ein tiefer Fall. Ich bin regelmäßig vorbeigegangen und habe ihm was zu essen in den Kiewig gesteckt. Ja, ja, ich hörte es, ein Diener Oku hat es auch getan, ein Jahr lang. Aber was für ein Verbrechen muss das gewesen sein? Ich meine, ihr seht mich an, Lichte. Ich wollte diese Insel versenken. Und nun bin ich imstande meines, ja, Schwebschwagers zumindest, noch Hausherr meines kleinen armen Adelshauses. Absolut korrekt, Unkirchen. Wie ist es dir ergangen? Naja, ich bin mal hier, mal da, versuche den Augen der wachen Sven zu entkommen, um ein bisschen für mich zu sein. Ja. Du weißt, du bist immer ein gern gesehener Gast im alten Haus des Schwarzen Ritter. Naja, das weiß ich. Das weiß ich. Wahrscheinlich werde ich das öfter in Anspruch nehmen. Weißt du, wer dort drüben eingezogen ist? Absolut keine Ahnung, nein. Aber hey, ich habe eine Schwester. Und sie ist wieder da. Oh, ich dachte, die Überraschung wäre dein Bruder, den wir nicht können. Deine Schwester, wie schön. Ja, Lalina. Fascha hat sie vor einigen Jahren in Fortgeschichte. Was? Mir требet質tera. Ich bin mal her. capaz. Was ist eine schwester, die Ablesung an Erfahrung, in Ort? Also, ich habe mich, wenn auf die Seite dieses Instr boşalte sagen. Ja, weil es so viele, wie viele streamen sind, haben wir Hangul aus, in diesem Herz errichter. Da bin ich nicht. Szenoel? Und da bin ich zumindest iPhone. Wordf ولet autism damit war. Und da bin ich, wie bitte darauf ، Und da bin ich jetzt hinter fold. Was bin ich hincu? Das ist doch klim Launch. Burger hast du viel, das Handy ist. Was ist das denn? Weil ich ein guter Vater bin, so toll, wie Breilis, dass du dem Feind, äh, den liebsten Freunden unseres Hauses, ähm, weiß ich nicht, halt einfach deine Gunst geschenkt hast, oder? Bitte, ich will doch nur essen. Mein Herz. Er hat mein Herz, Vater. Ich habe ihr Herz, ja. Das ist das einzige Herz im Hause Weberlichen, welches wirklich schlägt, aber immer in Hattie ist ein Einfluss. Nun, er hat recht, irgendwo, seien wir doch ehrlich. Das stimmt, ja. Da muss ich tatsächlich, Breilis, zustimmen. Bei den Göttern, ich kann das nicht mit ansehen. Ja, Breilis, diese Demütigung ist allzu groß. Gib mir was zu essen jetzt. Da, da nehmen wir nichts rein. Und erinnere dich an die Güte, die das Haus Weberlichen dir gegeben hat. Nein. Oh, ja, richtig. Oh, also, könnte es sein, dass mein Hausschlüssel vielleicht hier drin gelandet ist? Vielleicht habe ich ihn verloren und Sie haben ihn wiedergefunden? Kann sein. Ich hatte letztens auf dem Boden einen Schlüssel gefunden, glaube ich. Ah, ich verstehe. Okay, dann werde ich gleich mal testen, ob das unsere ist. Alles klar, machen Sie das. Die Prinzessin. Ist das Ihr Frauen, oder? Euer Hoheit. Ja. Ich bin es. Nun, ich, ähm... Euer Hoheit. Ich starte dem Pöbel einen Besuch ab. Oh, ich habe eine Ehre. Nun, seit wann, ähm, seid ihr diesem Dorf zugezogen? Ähm, also, ich bin schon seit zwei Jahren hier. Mhm. Ähm, ich bin... Aber er ist kürzlich hier eingezogen. Mhm. Er ist, ich bin neu hier. Aha. Kürzlich. Nun, steht auf. Wie lautet euer beider Namen? Äh, ich bin Dragonia von Kraut. Wo bleibt euer Anstand? Warum lasst ihr die Frau nicht zuerst grüßen? Okay, wirklich leid. Nun, bitte nochmal einzeln. Mein Name ist Dragonia von Kraut. Ich bin die hiesige Kräuterkundlerin und Schwester von Lise Grimmel, der Heilerin. Und befinde mich gerade in Ausbildung. Aber ich denke, ich werde sie bald abgeschlossen haben. Ich habe letztens lobende Worte von ihr bekommen. Und sie war sehr, sehr lieb. Und... Naja, sie ist immer sehr gut zu mir. Und ich fühle mich hier sehr wohl. In Ordnung. Red ich schon wieder zu viel? Nein, gar nicht. Wie lautet euer Name? Ich bin Forkybert von Lauschbach. Forkybert von Lauschbach. Nun, erzählt mir von dem fernen Lande, von denen ihr stammt. Ja? Nun, sprech doch etwas schneller! Lacht ihr mich aus? Ich komme ganz außen. Ich lache auf gar keinen Fall. Ich bin aber gerade ein bisschen... Sie müssen mich verstehen. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass sie hier... zu uns kommen. Aber natürlich nicht. Deswegen bin ich ein bisschen... Aber natürlich, nun. Dann werde ich euch einen späteren Besuch alleine abstatten. Bis dahin verschwinde ich. Ich sagte, dann werde ich einen späteren Besuch abstatten. Alleine mit euch. Seid gegrüßt. Wie? Ich will so... Ist er... Hat er sich... Ist er innerlich geplatzt? Wahrscheinlich. Ich kann mir so gut vorstellen. Er konnte nicht reden, weil er... Er war es. Oh Mann. Die Voice-Laute. Ja? Ah, Hilfe! Ah, Hilfe! Ah, Hilfe! Komm zurück! Ah, bitte Steinchen! Bleibt ihr doch mal stehen? Nein! Nein! Das wird mit meinen Hühnern passieren. Du Schwein! So, jetzt bleibt es mal stehen. Fein, Dicker. Fein, Fein. Fein. Ich kann versuchen, aus ihm auszubreiten. Nein, 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 nein. Beine. Nein, 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 nein. Ich kann versuchen, aus ihm auszubreiten. Vielen Dank. Sollte die Stimme euch etwas Wichtiges mitteilen, so kommt jederzeit zu uns hier in die Kirche. Wir haben stets ein offenes Ohr für euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt, Prinzessin. Auf die Knie. Welch Ehre. Oh, heilige Raute. Wie schön es hier doch aussieht. Wie schön euch wiederzusehen, Prinzessin. Wie schön euch wiederzusehen, Vater Valentin. Wir verlassen die Kirche und lassen euch alleine. Gehabt euch wohl. Vielen Dank nochmal, Vater. Gehabt euch wohl. Vater Valentin, ihr wart lange aus dem Lande, ist das korrekt? Das ist korrekt. Ich bitte um Erlaubnis, mich erheben zu dürfen, Prinzessin. Aber natürlich erhebt euch. Auch ich bitte um Erlaubnis, mich erheben zu dürfen. Aber natürlich. Ich bin auf Reisen gewesen, um mich weiterzubilden und mir über die heilige Raute und die Zukunft dieses Ortes Gedanken zu machen. Und euch Gedanken darüber zu machen, dass ihr ewige Reue verspüren werdet, weil ihr... Wie war das nochmal? Ihr gab meiner Mutter den Wein. Ist das korrekt? Das bin ich ich gewesen. Das ist einer aus dieser... Aus meinen Reihen gewesen. Und ich bedauere dies zutiefst. Aha. In Ordnung. Bei dem Wein handelt es sich um eine Verwechslung. Aha. In Ordnung. Nichtsdestotrotz ist es aus meinen Reihen gekommen. So stehe ich in ewig in eurer Schuld, Prinzessin. Ich hoffe doch, Vater Valentin. Ich hoffe doch. Ich kann euch versichern, dass die heilige Raute besser, anständiger und ein Ort des Friedens wird, je mehr wie sie es je war. Das habt ihr so schön gesagt. Solltet auch ihr also Frieden suchen, eine Beichte ablegen wollen, weil die Pferde mit euch durchgegangen sind, so scheut es nicht, uns aufzusuchen. Aber natürlich beichten. Natürlich mein täglich Brot. Ja, ja. Erlaubt mir eine vielleicht unangebrachte Frage. Bitte? Die Zofe. Ja. Kennt ihr euch bereits lange? Die Zofe. Welche meint ihr? Ihr habt mehrere. Absolut korrekt, ja. Ich muss darüber nachdenken, welche Zofe ihr meint. Ich werde es euch berichten, sobald ich die Zofe sehe. Vielleicht finde ich einen Namen raus. Ich würde gerne mit euch über die Zofe reden. Ich möchte euch nicht beunruhigen. Nicht sagen, dass möglicherweise etwas mit der Zofe nicht stimmen würde. Wer wäre ich, etwas derartiges zu behaupten? In Ordnung. Nun lasst ihr es mich wissen und ich werde, ich werde, ich werde darauf achten. Ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich, ja, ja, ich, ähm, ich werde auf euch zurückkommen. In Ordnung. Nun, ihr findet mich wie immer mehr beim Pöbel anstatt im Königshaus. Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. Ja, sie ist halt die Prinzessin und sie stammt aus dem Königshaus. Die Gegebenheiten im Königshaus, die Regeln, ist nichts, was der Prinzessin je lag, sondern sie wollte Freiheit und die Welt erkunden. Man hat sich mit sehr vielen Leuten angefreundet, wo ihr Haus ein Problem mitgehabt hat. Sie wirkt ein bisschen, ja, verloren würde ich nicht sagen. Eingesperrt durch die Gegebenheiten des Königshauses. Schön, dass ihr das nochmal erklärt. Sie wirkt ein bisschen hin und her gewissen zwischen der Familie und der Freiheit. Und ich verstehe das. Ich selbst bin froh, derartige Situation nicht zu stecken und mich entscheiden zu müssen. Aber durch die Prinzessin durfte ich kennenlernen, dass das Königshaus nicht der Feind ist, auch wenn es manchmal so scheint. Auch wenn es manchmal nach Willkür aussieht, wenn jemand am Galgen hängt, wenn es nach Willkür aussieht, wenn jemand geköpft wird, so hat das ehrenvolle Königshaus doch immer einen Plan und ist zurecht in der Position, derartige Entscheidungen zu treffen. Danke für die Wiederholung. So, was haben wir denn noch? Oh, Prinzessin! Schönen Tag, schönen Tag! Seid gegrüßt. Ach nein, by the way. Auf bald gehabt, was ich wohl. Hoffentlich kriegen wir den Speer gleich bei dir raus. Oh, die Prinzessin! Absolut richtig, die Prinzessin beehrt euch. Die kenne ich, die wohnt irgendwo bei uns da oben. Ja. Für die Gnade. Ja, nein. Ach, keine Angst, das ist mein Ockelchen. Der ist ganz lieb. Ich komme nicht mehr hoch. Ja, ich weiß, du bist schon alt. Also alt und gebrochen. Ja, ich dachte, man hat nur sein Speer in den drin verloren. Ja, das ist ja sehr aufgeregt. Ja, das ist ja sehr aufgeregt. Ja, da geht's bergab, nicht wahr? Schau mal, die Verletzung ist nicht allzu groß, dass ich in den drin bin. Ja, vom Schloss nach hier unten kann ganz schön steil bergab, das stimmt. Es stört mehr, als dass es so weh tut. Er hat schon einiges gewohnt. Geht es euch gut, eure... Aber, nun ja, so ein Schwer in der Nase ist... Aber, natürlich geht's mir gut. Ja, das schmeckt man nicht nur. Das bin ich aber... Wundwundig. Wie heißt das Wort nochmal? Erfreut. Nee, glücklich bin ich nicht. Erfreut. Erleichter, ja. Genau, das andere Airboard. Richtig. Nein, ähm... Nun, ich wollte mich nur... ...umsehen. Ja, natürlich. Beantragung von Gewerbewappen. Jene, die für ihr Geschäft oder heimeigene Gemälde. Ja, leere Rahmen, volle Taschen. Umzug, neue Wohnung, neue Einrichtung. Sollte ein Wohnsitz gewechselt werden, muss ich stattvoll informiert werden. Ja. Ja, Lehrling, frag mal. Ich kann hier nicht mehr sitzen. Ähm, entschuldige. Ja, das kann ich sagen. Also, okay, ich händen doch keine so Kommentare bei einer Prinzessin. Sie meint eigentlich, wie viel online sind? Nee, ne? Ja, die Stadtwache hat einen Speer in seiner Nase verloren. Und jetzt ging sie nicht mehr raus. Ich muss mich wieder an die Tasten gewöhnen. Ja, da sind viele Leute dabei. Deswegen gehe ich gerade statt im Königshaus, gehe ich gerade halt hier meine Runde. Und guck mal, wer hier noch so ist, ne? Es ist gerade noch ein bisschen chaotisch, weil wir gerade von der Bauarbeit und der Bauarbeit fertig geworden sind. Und die Schlösser funktionieren noch nicht ganz. Ähm, ich muss erst mal sehen, welcher... Ihr seid gegrüßt. Gegrüßt euch. Wie kann ich euch helfen? Nun, ich benötige etwas zu essen. Ähm, etwas zu essen. Äh, ich weiß nicht, ob wir schon... Ich kann einmal nachschauen. Natürlich. Es ist noch etwas chaotisch. Ich bitte um kurze Geduld. Na, wenigstens einer. Ja, die können sich dieses Zimmer gerne nehmen. Du kannst deinen Kopf ruhig heben. Und du musst nicht so flüstern. Ähm, mein... Äh, ja, na, das... Viel Dank. Und Ruhe halt. Äh, mein Mann ist gerade noch auf dem Weg... Steini, das ist die Prinzessin. Steini! Ich werde mich drauf vorbereiten. Nun, ich werde Ihnen dann noch einen Schlüssel... Nun, erzählt mir von eurem Steini. Ja, das klingt doch erfreulich. Ja, danke ich mir. Ich komme jetzt mal auf dem Weg. Ja, ich komme jetzt mal auf dem Weg. Steini ist ein Stein. Ja. Und mein bester Freund. Nun, habt ihr keine anderen Freunde? Doch. Lucius. Aber der ist jetzt... Der ist jetzt im Rathaus am Arbeiten. Nun, was würde passieren, wenn euer Steini verschwindet? Steini darf nicht verschwinden. Steini wird nicht verschwinden. Steini ist immer an meiner Seite. Und was ist, wenn er aus Versehen fallen gelassen wird und in zwei bricht? Oh Gott. Ich habe... Danke fürs Wohl. Das passiert nicht. Ich halte Steini sehr fest. In Ordnung. Ein gesunder Optimismus ist immer gut. Wir müssen rein in ihr Zimmer. Seid gegrüßt, eure Hohen. Seid gegrüßt. Ich benötige etwas zu essen. Habt ihr etwas da? Habt ihr etwas da? Ja. Einen Moment. Frisch gekochtes Fleisch für euch. Habt Dank. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ich benötige nichts weiter, nein. Wunderbar. Wunderbar. Wie ist es euch ergangen? Nun, ich schweife umher wie ein freier Wind und begrüße die neuen Menschen. Das freut uns sehr. Ich hoffe, unsere Taverne gefällt euch. Wir haben sie etwas renoviert und vergrößert und haben jetzt im oberen Stockwerk Betten und Zimmer für Reisende. Aber natürlich gar wunderprächtig. Nun, ich werde euch öfter einen Besuch abstatten, aber erstmal muss ich von dannen ziehen. Gehabt euch wohl. Vielen Dank für euren Besuch, eure Hohen. Auf bald. Oh, die Prinzessin, seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Junge, meine Mittelaltersprache ist richtig on point, Junge. Ganz ehrlich, Digga. Ganz ehrlich, also in der Mittelaltersprache kann man mir nichts nachreden, ja. Grüße. Seid gegrüßt. Oh, verzeiht, Prinzessin. Oh, bitte steht auf, bitte steht auf, euer altes Kreuz. Ja, wenn, wenn ich könnte. Ach, ich helfe, ich helfe natürlich. Oh, aber das ist doch, ach, ihr seid ja zu freundlich. Aber natürlich. Ich bin dann beschämt. Nein, seid ihr, seid es nicht. Nun, was macht ihr bei diesem wundervollen Wetter? Legt ihr einen Spaziergang ein? Ich gehe soeben zu meinem Obst- und Gemüsestand, eure Hoheit. Und, äh, ja, ich werde Äpfel verkaufen. Ja, so, so, so werde ich's machen. Das klingt ja wunderbar. Nun denn, solltet ihr irgendwelche Hilfen benötigen, so meldet euch bei mir. Ist ja zu freundlich. Also, ich könnte euch gern einen Apfel schenken. Äh, einen besonders frischen, frisch vom Baum gepflückt. Oh, natürlich gern. Kommt nur mit, wenn ihr wollt. Aber natürlich. Wie so etwas passiert, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Geht ja keiner. Was ist euer Lieblingsobst? Ist es der Apfel? Ach, wisst ihr, der Apfel schon. Aber nur noch am Kamin gebraten. Die Zähne wollen nicht mehr so, Kittchen. Hm, ich verstehe. Alles in Ordnung. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Durial, mach dich bereit, den schönsten Apfel rauszusuchen. Sie nur, sie nur die Prinzessin möchte kosten. Ja, ich sehe schon. Gegrüßt. Grüße, Grüße. Wäre ich Ehre, dass ihr uns hier besucht. Aber natürlich, stets und ständig bin ich doch eher den Bürgern nahe. Und nur den schönsten und frischsten. Hier, das ist der allerschönste, den ich finden konnte. Hab Dank. Ich werde ihn mir aufbewahren. Ich hoffe, es mundet euch. Ich werde ihn da ganz alleine in meinem Zimmer verspeisen. Nun denn. Auf dann. Gehabt euch wohl. Die kann nicht alleine aufstehen. Ich sage immer, ich habe einen Sprachfehler. Burger. Die Burger. Zum Burgerabend. Ich kann Burger. Burger. Hey, hallo, schönen guten Tag. Ich müsste mal aufs Burgerabend. Burger, Burger. 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 Das ist ja die Dank für meine Babys. Liebchen dann für 13 Monate. Chef dann für 9 Monate. Der Bidgetan für 8 Monate. Sehr gut. Nein. Das ist deine Aufgabe jetzt, um zu zeigen. Halt doch jetzt mal die Presse, Hugo, Hugo. So, Yoshi, das ist deine Aufgabe, um zu zeigen. Genau, das ist deine Aufgabe, um zu zeigen. Dass du was bei der Burgwache gelernt hast. Du bringst uns, das ist deine Aufgabe, du bringst uns das Huhn. Ja. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 wie auch immer ich werde mich ins dorf begeben ja okay ja gehen sie vor prinzessin ich bin ganz ohr natürlich es ist hier alles noch sehr neu sehr verwirrend wurde umgebaut ja deswegen bin ich nicht oft hier wo wo sind sie dann nun ich treibe mich lieber beim pöbel rum ich bin ehrlich wir uns absolut richtig wie unangenehm nein okay darf ich hier ja aber natürlich ja werte prinzessin erzählen sie doch mal wie was ist das für eine schwester die plötzlich aufgetaucht ist ich habe das nur so am rande mitbekommen ich habe sie so weit verdrängt dass ich ihren namen schon wieder vergessen habe meine schwester oder lana oder irgendwie so lila ist ihre lieblingsfarbe deswegen bin ich gerade etwas aufgebracht weil sie pink erwähnte okay ich notiere ich schreibe mit sein sie nicht verwirrt wenn sie ein bisschen das kratzen die lieblingsfarbe meiner schwester ist lila nicht pink sie wäre gern wie naja wäre das lassen wir uns nicht ablenken also nur um das zu verstehen also ihre lieblingsfarbe ist lila und eure ist pink richtig nun es existiert wahrscheinlich manchmal sein naja ich bin die große schwester ich bin vier jahre älter aber meine schwester wurde damals aus rastalot naja weggeschickt weil sie wohl ein problemkind war ich habe davon nicht viel mitbekommen weil meine eltern haben mich wie alt war sie da ich glaube fünf ich war neun meine mutter verstarb ungefähr vor drei jahren wenn ich mich recht entsinne weil sie einen wein bekommen hat aber der wein der sollte eigentlich mein vater gehen schuld daran war die heilige raute die heilige raute ist schuld gewesen aber sie gibt es immer noch wie kann das sein ja ich weiß es nicht mutter ja okay das heißt die heilige raute die kirche arbeitet gegen den könig nun es war einmal so dass ich einen einen hinterhalt plant aber es ist so lange her ich erinnere mich gar nicht mehr richtig sie planten die heilige raute ja aber das ist alles so unbeständig gewesen dass ich gar nicht mehr die einzelheiten weiß ich glaube ich muss auch mal mit der heiligen raute sprechen richtig wie auch immer also die schwester wurde weggeschickt weil sie merkwürdig war genau was genau weiß ich nicht aber nun mein vater sollte sie wohl 357 jahre weg schicken aber nun ist sie wieder da okay mein bruder frank ist seit zwei jahren nicht mehr auffindbar frank war mein anker mein großer bruder in der not frank war immer für mich da neben mutter meine größte bezugsperson nun er ist weg ich weiß nicht ob ich ihn je wieder sehen werde nach gott der ärmste das sind ja alles schreckliche geschichten wenn man das so hört versteht man langsam warum es hier so ist wie es wie ich es gerade kennengelernt habe ich lernte vor zwei jahren einen mann kennen ich war auf der suche nach der großen liebe weil die liebes was schönes und ich fand ihn ich fand ihn ja sein name war aber wie ist er denkt ihr euch jetzt die geschichten gerade alle aus nein 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 entschuldigt das klang kurz so ich liebe schon viele jahre hier eure majestät ich bitte um astfried wie ist mich hierher wie hieß er was hast fried der mann an dem ich meine unschuld verlor ok und so genau wollte ich ja doch wir brauchen jederzeit nun gut ja ich bin der wahrheit verpflichtet redet reden sie er spielte mir gar liebe vor und immer anderen augenblick war gewillt mir ein messer in den rücken zu stecken doch ich war gewillt ihm zu verzeihen ja ich war glücklich ich war nun eine glückliche und traurige frau zugleich er wollte mich heiraten um an die krone zu kommen mit dem mit dem vorbehalt dass er mich liebte oh wie schrecklich aber es ging gut es ging es gut aus ja sie leben ja noch kein messer kein messer es sollte es sollte nicht so sein er ist gestorben bei der hochzeit bei der hochzeit war es wieder die raute oder ein anderes messer wurde umgebracht ich weiß nicht mehr warum und deswegen zwei jahre und deswegen sprach ich ein verbot für alle rothaarigen im dorf aus wo es gibt einen rothaarigen verbot richtig denn rote haare sind gefährlich und in der liebe niemals ehrlich ein großer spruch muss überall verteilt werden werde ich notieren kommt in die chronik selbstverständlich hatte astfried rote haare oder die rotesten haare die ich je gesehen habe oh mein gott ja verzeiht mir mir wurde gesagt der könig ist hier nein ist ja nicht herr von weberlichen wir sind gerade dabei ein bisschen die vergangenheit aufzuarbeiten der vergangenheit welche teile der vergangenheit mein erster baldiger ehegatte astfried rote haare sind gefährlich und in der liebe niemals ehrlich ah mein lieblingsthema astibald schurkereien astfried haare ist nicht asti bald ach ach das das ist was ich entsinne mich sein name ist nur äußerst ähnlich also wir reden jetzt über zwei verschiedene person ja 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 astfried ist gestorben asti bald ist jemand anders okay herr von weberlichen sie bringen mich durcheinander sie sind vielleicht ein bisschen manisch was ihren asti bald trifft oder nein doch doch bedenke dass auch ich hatte auch in der ersten gestalt betroffen war weil er zuerst behauptete eine vergangenheit mit meinem eheweib zu haben ja genau okay es ist alles langsam etwas verwirrend für mich herzlich willkommen menschen deren namen mit ast beginnt sind schrecklich und schlecht schrecklich und schlecht ach ein ast verbot wäre vielleicht besser als ein gärtner naja sowie das ganze halbe dorf aber ja gärtner und das ganze halbe dorf ist ja auch euer rechtmäßiges eigentum prinzessin prinzessin ich bin eine prinzessin und ich war einst eine dorfmatratze das sind ja vielleicht besser nicht auf ich jetzt nicht auf ja ich ja ja ich ja ja ich eine freie frau kann tun was auch immer sie möchte das ist in der wahr prinzessin ich merke hier herrschen liberale sitten anders als in ferne lot bitte verzeiht wenn ich so ein bisschen rot werde hier und da ich ja ich werde zukünftig lila ja richtig gut also ich werde in russia ist alles liberal solange man adels und königstreu bleibt dies ist eigentlich die einzige regel die bedacht werden muss was sagt man sonst eine dürne oder das ist ein anderes wort für eine dorfmatratze insofern doch gar nicht so anders dennoch mich interessiert noch mal diese schwester die plötzlich wieder aufgetaucht ist ja wieso eigentlich also diese info ist auch mir nicht vorhanden das ist eine information ich gerade selbst auf den grund gehen möchte und ich bin auf der suche nach meiner schwester faszinierend und ist das die richtige schwester oder ist das eine halbschwester wenn ich so fragen darf ich meine hier herrschen ja liberale sitten wie wir gemerkt haben war die mutter vielleicht auch schon eine doofmatratze so was will ich nie wieder hören ach so ich dachte das wäre hier meine mutter war keine dörne wie ich es ist ja nichts schlechtes nein also ist es nun die halbschwester oder die schwester nun das sollte mein vater gefragt werden weil mein vater hat bereits einen einen weiteren sohn und das ist willi von dem ich sehr lange nichts wusste der ist auch gerade gekommen der ist vor einem jahr gekommen ich verstehe ja ich würde mal sagen in zehn jahren ist das hier eine großfamilie ich hoffe nicht nun von irgendwie muss es die prinzessin ja haben nicht wahr wohl war ja ist das im hause weberlichen auch so üblich meinte das ja auch ein bruder aufgetaucht plötzlich ja ja nun wo er es so sagt wo sich dieses vielleicht anräumen schwester auf einmal her ich weiß es auch nicht genau ich ehrlich gesagt hätte ich auf rangierius auch gut verzichten können er ist dem weine mehr zugetan als dem prestig was ich nicht verstehen kann wo doch prestig das viel größere rauschmittel von allen ist aber auch auch bei mir scheint es manchmal als würden verwandtschaften hinzugedichtet und hinweggefegt werden wie es die staffelei gerade benötigt von irgendeiner höheren hand ja sie teilen ja gewisse maßen ein mädchen richtig interpretiere ein bruder der ungewollt ist eine schwester die ungewollt ist und wer ist es schon gewollt wir müssen das beste machen aus dem was uns gegeben wird nicht wahr richtig nun gut ich denke fürs erste habe ich viel erfahren vielen dank für diese audienz aber natürlich ich werde meine schwester so habt ihr meine schwester gesehen euer majestät ich bin bitte wiederholt habt ihr meine schwester gesehen ich bedanke mich für das wiederholen gott sei ich mein leider habe ich eure schwester nicht wieder gesehen nun ich muss das farbenthema trinken klären ihre farbe ist lila nicht pink ist hier alles benötigt ihr eine heilerin seid gegrüßt seid gegrüßt seid gegrüßt keine liebelein hier seid gegrüßt fröße meine prinzessin bava auch sehr wohl meine prinzessin ist schön eigentlich zu sehen ich habe euch sehr lange nicht gesehen o eiserne barbara bava nun barbara machen die männer wieder probleme Nein, meine Prinzessin. Denkt immer daran, ihr seid die stärkste von allen. Natürlich. Aber natürlich. Barbara ist die stärkste von allen. Das ist mir bewusst. Was willst du, Sir Kockock? Ich verkauf dich an die Stadtwache. Ich verkauf dich an die Stadtwache. Ja, 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 ja. Flieg nur so lange du kannst. Ich fress dich lange. Ich fress dich dann. Ich fress dich dann. Ja. Von wem? Von einem Herrn mit Hand an der Brust. Ja, ich habe ihn schon gefunden. Ich habe ihn ins Gartenhaus geschickt. Ach so, ich bin noch nicht schnell da hinten. Ach, ja. Ja. Geht auf euch. Oh, what? Wo man sich die neuesten oder auch die göttlichsten Frisuren machen lassen kann. Ich weiß nicht, ob mehr Wein und weniger Essen die Lösung ist. Oh, bitte. Oh, bitte. Oh, bitte. Oh, bitte. Ich weiß nicht, die Geister. Die werden... Nennt mir doch bitte gleich einfach die Summe und ich werde aus der königlichen Geschäftskammer die entsprechenden Gelder organisieren und euch diese... Hallo, Schwester. Schwester, ich war auf der Suche nach dir. Wir müssen uns gar... Aber natürlich, ich habe dich vermisst. Wir müssen uns gar königlich unterhalten. Selbstredend. Ich bin ganz ohren. Nun, lasst uns einen ruhigen Ort aufsuchen, nachdem ihr fertig seid. Ich bin fertig. Fix und fertig. Nun, komm mit. Lass uns ein schönes Plätzchen suchen. Lass uns ein schönes Plätzchen suchen. Weil wir zwei Beine haben. Was machen wir denn hier? Einen schönen Spaziergang vornehmen. Ich finde, wir sollten etwas Zeit miteinander verbringen, da uns ja so viele Jahre leider weggenommen wurden. Du hast mich kein einziges Mal besucht. Ja, und ich kann dir genau sagen, warum. Ich erzähle dir gleich grundlegend das Problem. Vater und ich, wir stehen nicht im Guten miteinander. Ich bin ungern im Königshaus. Ich bin eher lieber draußen. Und Vater hat mir verwehrt, nun von Rassilon zu verschwinden. Auch wenn mein Bedürfnis groß war, dich zu besuchen. Er ließ mich nicht gehen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du wieder da bist. Ich hatte wirklich Angst, dass ich dich nie wiedersehen würde. Ich meine, wie lange ist das her, dass du dir geschickt wurdest? Ich meine, ich bin vier Jahre älter. Wie lange ist das her? Weißt du noch, wie lange das her ist? Ich glaube, ich war neun und du warst fünf. Ja, das kann gut sein. Nun, Mutter ist verstorben. Was? Ja. Nun, ich weiß... Was ist passiert? Ich weiß nicht, ob du dich noch an sie erinnerst. Mutter. Mutter hat einen tödlichen Wein getrunken. Lange Geschichte. Der ist eigentlich für Vater gewesen. Nun, aber leider hat Mutter ihn getrunken. Ähm, unser Bruder... Bedauerlich. Unser Bruder Frank. Ähm, Prinz Frank. Unser gar lieblicher Bruder ist seit zwei Jahren verschwunden. Er ist nicht wieder aufzufinden. Und unser aktueller Bruder Willi. Nun, von ihm wusste ich auch lange nichts, aber er ist schrecklich. Weigere mich, ihn als Bruder anzusehen. Nun, ja, ich auch. Ähm... Es gibt eine Sache, über die wir reden müssen. Und zwar... Ähm... Du willst mich hier aber nicht loswerden, oder? Nein! Natürlich nicht. Ähm... Dein Kleid. Deine Kleiderfarbe. Ja. Deine Lieblingsfarbe lila, richtig? Ja. Meine Lieblingsfarbe... Ist pink. Nun... Ähm... Deine Lieblingsfarbe... Deine Lieblingsfarbe... Lila! Ähm... Schöne Farbe. Nein! Deine Lieblingsfarbe... Wieder ein wunderschönes lilanes Kleid. So schön. Es ist pink. Es ist pink. Und du bist schon im lilanen Kleid angekommen. Nun erzähl, warum ist es lila nicht pink? Vielleicht, weil jemand mein pinkes Kleid gestohlen hat. Nun... Vater erzählte mir von der geprächtigen lila Farbe, weil dein... Wie ist nochmal dein Name? La... Li... Na. Richtig. Lila verdreht. La... Lina. Verstehst du? Und deswegen sollten wir uns daran halten. Weil... Es ist schwierig sonst. Schwester. Ich glaube, wir sollten uns vielleicht woanders unterhalten. Ja. Ja. Nun. Nun. Ja. 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 Nun dann komm. Ja. Ja. Nun, das gefällt mir hier alles gar nicht. Oh, wirklich nicht? Warum nicht? Ich weiß nicht, ich habe ein ganz komisches Gefühl. Vielleicht hast du einfach nur Bauchschmerzen. Du bist mein Gefühl. Ich bin dein Gefühl, wie süß. Ja, nun erzähl mehr. Kann ich dir trauen? Ja, mehr als allen anderen. Warum beschließen wir da nicht, dass ganz Rastalot pink ist? Wir machen es zu Pinkelot. Nun, genau deswegen habe ich dich aufgesucht, weil mir erzählt wurde, dass du in die Wege geleitet hast, alles pink machen zu lassen. Nun, wie soll ich sagen? Hast du ein Draht zu den Bürgern? Bürgern? Ja. Ich habe Kartoffeln bekommen und ich habe Beerenfleisch bekommen und alles. Sehr gut. Und ich musste nichts bezahlen. Richtig, das ist auch egal, was du machst. Du musst nur schnippen, du bekommst es. Also das liegt nicht an deiner Persönlichkeit. Sehr gut. Welche Ratschläge kannst du mir noch geben? Ratschläge. Rote Haare sind gefährlich und in der Liebe niemals ehrlich. Ich rate dir, halte dich von allen Männern mit roten Haaren fern. Also von Prinz Willy. Richtig. Nun, deine Haare gehen auch in die leicht rote Richtung. Ich weiß gar nicht, warum sie... Ich weiß gar nicht, warum sie... Warum sie... Naja, sie sind eher blond. Also nicht so rot. Ja, Richtung rot. Also ich bin... Hilfe! Nein, ihr helft uns! Hilft mir, nicht dir! Nur Hilfe! Au! Aha! Aha! Schweine! Schweine! – – Huри! Hei! Ich habe sie gerettet. Ich habe sie gerettet. Ich habe sie gerettet. Ich habe sie gerettet. Sie sind dein Held und mögen Frauen. Da sind wir dein Frauenheld. Ja, ich bin nur Prinz, Willi. Nun, Willi, ich zweifle gar nicht an, dass Lalina deine Schwester ist. Sie hat die gleiche Haarfarbe. Warum habe ich sie nicht? Ah, ja. Das sind Fragen, die äh... Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Guter Punkt. Nun auf dem Internat zu lernen. Aber Schreifhutze, wie du? Ich bin Schirurger geworden im letzten Jahr, Willi. Das weißt du doch. Ja. Oh, Gwinyania. Ja. Ach, die Schirrana. Ich hoffe, es geht euch gut. Aber natürlich, die Dorfmatratze. Gwinyania, ich weiß nicht, wen ihr meint. Aber was ist mit Prinzessin 2 geschehen? Prinzessin... Ja, bitte nennen sie immer Prinzessin 2. Das ist sehr wichtig. Okay. Nun, Prinzessin 2s Lieblingsfarbe ist übrigens lila, nicht pink. Ja, nur, dass wir das alle wissen und festhalten. Okay. Ihr könnt sie gerne immer auf ihr wunderschönes lilanes Kleid ansprechen. Und dass ihr pink nicht stehen würde, sehr wichtig. Na gut. Gut. Die wurden uns doch nicht bekannt gemacht. Nun, Prinzessin 2 ist meine Schwester. Sie wurde damals weggeschickt, als ich... Neun waren sie über fünf, weil sie immer ein Problemkind war und eigentlich hatte keiner Lust auf sie gehabt und meine Eltern waren ein bisschen überfordert. Und deswegen ist sie jetzt irgendwie zurückgekehrt, weil eigentlich sollte sie 357 Jahre auf dem Ja, absolut. Ja, ja. Vergesset nicht, für uns bleibt ihr immer Prinzessin Nummer 1. Ja. Oh, natürlich, natürlich. Nun, stets und ständig. Wenn ihr etwas braucht, meldet euch bei mir. Wir wurden uns doch nicht bekannt gemacht. Wenn ihr etwas braucht, meldet euch bei mir. Sie ist meine neue Cousine. Nun, wer ist eigentlich... Ja! Ähm, ist Deliana dein, ähm... Ähm, wie nennt sich das nochmal bei uns? Zofe? Ja, ja, ist... Ist sie das? Deine? Ich bin euch allen, die Zofe. Ach, allen Königskindern diene ich. Ja. Deliana, warst du schon in der heiligen Raute? Was für ein Ding? Ah, in der Kirche. Warst du da schon? Das sind die Sekte. Nee, ich bin nicht so gläubig. In Ordnung. Oh, ist das hier schlimm? Nein, gar nicht. Aber von außen wirkte dieses heilige Gebäude ein wenig wie ein imposanter Fallus. Es ist gar wundervoll, ich bin gern da drin. Oh. Die Prinzessin ist gern im Fallus. Ja. So, äh, das ist mein Stichwort. Ich muss in die Taverne. Schon wieder? Nun, ich muss auch weiter. Ich muss meine Schwester suchen. Ich suche mit ihnen. Äh, b-b-b-Prinzessin. Nein, eher fort. Ich hab die andere Prinzessin zwei eben noch gesehen und die sind vor Wildschwein weggelaufen. Oh nein, auch noch die Prinzessin. Und dann bin ich hinterher und habe das Gefühl, die sind von mir auch weggelaufen. Aber die sind irgendwie Richtung Wald. Das war sehr wirr. Ja. Wusstet ihr, dass ihre Zofe die Prinzessin überall sucht? Es gibt doch keinen Ärger. Ja, die ist irgendwie egal. Nein, das ist mir egal. Hört auf mit mir zu reden. Spuckt er euch an? Ja. Bitte? Eure Prinzessigkeit, äh, hallo? Ich bin erstaunt, jemand gefunden zu haben, dessen Stimme mir noch mehr Schmerzen bereitet als eure Cousine. Cousine, wie schön ich wieder zu sehen. Ich hab dich so vermisst und lange nicht mehr gesehen. Äh, oh. Oh, ich hab dich so vermisst. Cousine, Cousine, Cousine. Nun, spuck dich doch hier rum. Cousine, 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 Cousinchen, Cousinchen. Hast du schon, Ton und hast du schon deine neue andere Cousine gesehen? Hast du sie schon gesehen? Hast du sie schon gesehen? Was, es gibt noch eine Cousine. Ja, 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 Prinzessin Lallina. Sie wurde damals weggeschickt, als ich neun war und sie war fünf und jetzt ist sie wieder da und vielleicht wirst du sie unbedingt kennenlernen, weil sie gar wunderprächtig. Sie ist wundervoll, richtig wundervoll. Ich glaub, du wirst sie mehr mögen als mich. Das ist nicht schwer. Ähm, also ich meinte, dass sie ja sarkastisch. Ironisch. Ich glaub, ich glaub... Mir war nicht bewusst, dass ihr wisst, was Sarkasmus und Ironie sind. Ähm, ich, 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 ich liess viele Bücher, damit ich, ähm... Oh, tatsächlich. Was ist das letzte Buch, das ihr gelesen habt? Wie man Ironie und Sarkasmus anwendet. Ah, ein Einsteigerleitfahrten. Ähm, ja. Ähm, ja. Ja. Das hat ja schon sicher sehr viel gebracht. Ja. Der Finger des Königs. Eure Majestät? Finger. Ja. Ich habe mitbekommen, ihr seid mit eurer Schwester unterwegs gewesen. Ja. Eine Vorstellung davon, wo sich diese... Diese aufhält. Ich denke, sie ist Richtung Königshaus gegangen, weil wir von Wildschwein angegriffen wurden. Von Wildschwein? Ja, ich benötige ein Messer. Mein Messer ist weg. Ja. Ich habe zu danken für diese Information. Wenn ich euch irgendwie behilflich sein kann, dann bitte wendet euch an mich. Ich werde... Ja. Ich werde... Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nun haben wir ein paar Schwierigkeiten, diese Bildung nachzuholen, denke ich. Ähm, ja. Nun, ihr habt viele Jahre mit ihr verbracht? Richtig. Ich bin die Gouverniere. Ich verstehe. Ich verstehe. Nun, wie viele Jahre begleitet ihr die Lila Lalina Prinzessin 2? Nun, etwa acht oder zehn Jahre sind es, glaube ich. Oh, mein Beileid. Ähm, wie steht ihr zur Prinzessin Lila Lalina? Ähm, mir gegenüber ist sie sehr vertraut. Ähm, und, äh, ab und zu kann ich ihr auch, äh, ein paar gute Worte zusprechen, ihre Gedankengänge vielleicht ein wenig drehen. Aber, ja, es ist nicht leicht, denn das Institut, ähm, hatte auch sehr viele schwere Fälle. Ähm, unter den Schülern, wie auch unter den Lehrern. Ähm, wortwörtlich. Ich verstehe, ähm, nun, da ihr sie am besten kennt, ähm, vertraut sie sich Leuten schnell an oder eher nicht? Nein, eher nicht. Allein der Zofe gegenüber hat sie sich sehr, ähm, naja, angemütig gezeigt. Äh, ich habe ihr vorhin schon versucht beizubringen, dass man, äh, Leuten vertrauen sollte und, äh, etwas Geduld haben sollte. Ja, 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 sie war nicht sehr nett zu mir. Ja, aber ich hab sie trotzdem lieb. Du hast keine Person lieb zu haben, die dich nicht wertschätzt. Glaub mir, das sag ich dir, die vor dem Altar sitzen gelassen wurde, weil, naja, ihr baldiger Ehegatte getötet wurde vor dem Altar. Naja, ist dir auch egal. Auf jeden Fall, ja, lass sowas auf gar keinen Fall an dich ran. Nun gut, mir ist, ähm, durch dieses Gespräch bewusst geworden, auf wessen Seite ich mich im Zweifelsfalle doch dann zu schlagen habe. Und ich würde mich nun aufmachen, um vielleicht noch die eine oder andere Information, die relevant wäre, aufzuschnappen und, ähm, dann werden wir sehen. Natürlich. Ich werde stets und ständig hinter euch stehen und wenn euch irgendetwas bedrückt, dann kommt stets zu mir. Oh, vielen Dank, Majestät. Aber natürlich. Ich wünsche euch vorzüglichen, einen vorzüglichen Tag und wohl es schaffen. Ich, ihr habt euch wohl. Ja, guten Tag. Danke für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen, Finger des Königs. Lila-Lalina, Alter. Was ist das schon wieder? Sind seit zwei Stunden hier und schon wieder sowas, ey. Ja. Dann. Möchtet. Ah, ich habe noch das Instrumental drauf. Nein, ich will das Instrumental. Yeah. Danke. Euer Majestät, warum sind wir hier? Ich möchte nur kurz das Grab meiner Mutter besuchen. Oh ja, ich lasse ihn freiraum. Nochmal. Ich passe nur auf. Alle hin. Okay. Besorgt mir eine Fackel. Ich, wo finde ich denn Fackeln? Ich bin neu hier. Nun, irgendwo in der Stadt. Okay, ich suche. Jetzt wird es so dunkel, kann ich noch nicht rein. Da ist die Gedanken schön für das Erbuggen des Alerts. Ah. Ja, versuchen wir gleich nochmal, ne? Äh, das Lied hat Chili Man gemacht, das ist selbst, äh, gemacht von ihm. Ich hätte es, äh, wissen müssen, dass ich euch hier eintreffe, nicht? Ja. Ja. Nun. Ich wollte dahin, wo ich dachte, ich würde Mutter aufwenden. Ja. Ja. Aber ich brauche eine Fackel, deswegen habe ich am Lied so verlosgeschickt. Oh. Ich, ich habe mir gerade... Oh! 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 Ja. Also nicht die rechten Haare, die sie ausr발, ja. Und, äh, nun wir wissen ja, dass... Nan! Waah! Was ist das? Ich habe eine Fackel. Aha. Ich meine wirklich, was ist das? Ah, die Zofe. Danke. Oh, ihr seid die neue Saufe, sau zofe, zufe. Sofe? So, so, so sagt man, äh... Nenn' sich einfach Deliana. Wow! Nein! Ähm, ausgezeichnet! Ihr habt eine neue Zoffe. Ja, das ist mein Onkel. Ja, ja. Oh, ja, Saya. Naja, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Zorngiebel zu Hasslingen. Also Wuterich, Zorngiebel zu Hasslingen, Haus Hasslingen. Meine Tochter hatte was mit der alten Zoffe gehabt, deshalb bin ich ein bisschen zu... Oh, ja, ich hörte bereits, die Zoffe vor mir hatte scheinbar ein bisschen was angerichtet, oder? Ja, das kann man so sagen. Diverses Ohrbluten vor allen Dingen. Ja. Was, warum denn? Oh, wenn ich das verrate. Lasst uns, lasst uns, lasst uns diesem Ort nicht komplett die Ehre nehmen. Genau. Oh, ja, ja. Ja. Nun. Nun. Ich, ähm... Ich werde ein bisschen mit Mutter reden gehen. Na gut, ich, äh, warte bis ihr fertig seid. Und macht euch keine Gedanken, Prinzessin. Ihr seid... Ihr seid die Tochter von ihm und von Ginevere. Und dementsprechend, da Frank nach wie vor in Fernand verschollen ist, die mit dem Anspruch auf den Thron, wenn euch das überhaupt noch interessiert. Ich muss erst mal selbst rausfinden, weil das wirft mir gerade alles durcheinander. Ja, Lena, das verstehe ich. Äh, grüßt sie. Mache ich. Von mir auch schöne Grüße. Natürlich. Hab ich denn... Ja, ich bin aus fernem Lande, aus fernem Lodge. Aber wie kann die Prinzessin jetzt mit der Mutter reden? Ich dachte, die ist tot. Gibt es eine Zofenschule, in der alle Zofen sozusagen... Ach, egal. Ich mach einfach mit der Musik jetzt. Ja, ich kann... Ich kann den Schrei des Kranichts und sowas. Jetzt aber hier, ey. Hab ich befürchtet, Herr. Ganz ehrlich. Ja, soll ich Ihnen zeigen? Das ist aber sehr laut. Mutter. Mutter, ich... Langweilig nicht mehr hier. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Mutter. Mutter, ich hab Frank schon sehr lange nicht mehr gesehen. Frank ist... Frank ist nicht mehr aufzufinden. Der einzige Anker, der will noch blieben, nachdem du verschwunden bist. Lalina ist wieder da. Lalina ist wieder da. Lalina, die dir so viele Probleme bereitet hatte früher. Und von der du mich immer schützen wolltest. Ich... 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 Ich werde alles dafür tun, dass sie verschwindet. Ich werde alles dafür tun, dass sie... Dass sie... Dass sie verschwindet. Willi ist schon... Willi ist schon eine Böde. Und ich hab Willi akzeptiert. Na ja, so mehr oder weniger. Aber ich kann Lalina nicht hier richtig gebrauchen. Lalina würde alles zugrunde machen und kaputt machen. Ich hab Frank leider nicht an meiner Seite mehr. Aber... Ich bin auf mich alleine gestellt. So wie ich und je. Ich bin die ganze Zeit alleine unterwegs. Vater ist beschäftigt mit den königlichen Arbeiten. Und... Und Willi... Willi macht sich prächtig. Als... Als Prinzensohn. Irgendwie mehr oder weniger. Ich... Ich versuche meine... Meine Gefühle zu ertrinken. Indem ich eine Art Freudenmädchen bin. Weil ich... Weil ich versuche mich abzulenken. So gut es geht. Und irgendwie bekomme ich dann alles, was ich will. Und das wahrscheinlich nicht das ist, was du immer für mich wolltest. Aber... Was soll ich machen? Mutter, ich... Ich werde dich jetzt jeden Tag besuchen kommen. Und ich werde dir immer wieder berichten. Ich... Für mich... Für mich bist du nicht verstorben. Für mich bist du stets und ständig anwesend. Ich... Vater hat damals ein gruseliges Experiment gemacht. Er... Er... Er hat dich irgendwie als Zombie wieder geholt. Aber das warst nicht du. Das warst auf gar keinen Fall du. Ich habe dich in Erinnerung. Es war ein wunderprächtiger, wunderschöner Engel mit wunderschönen blonden langen Haaren. Ich meine, ich sehe jetzt quasi gerade aus wie du. Wenn du euch sehen konntest. Ich... Ich vermisse dich. Ich vermisse dich sehr, Mutter. Und wenn dir so einen Wege geben würde, dass ich dich zurückholen würde. Ich würde es dir jedes Mal wieder tun. Ich verbringe viel Zeit bei... Bei deiner Familie. Bei meinem Onkelchenchen. Ja, und dann meine Cousine mag mich nicht so. Aber ich tue alles, dass sie mich mögen wird. Weil... Familie ist doch alles, was man hat. Nicht wahr? Und meine Familie irgendwie komisch ist, wenn ich nur verschwunden bin. Mutter, ich werde dich immer lieben. Schlaf gut. Willi? Wah! Ich warte hier, ich mache nichts anderes, ich warte hier. Ja, 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 ja. Ich warte nur hier auf die... Oh, Prinzessin! Ja? Ich habe auf euch gewartet. Du hast nur gewartet, sehr gut. Ja, ich habe nur gewartet. Gibt es euch gut? Aber natürlich, Mick, jetzt steht es uns ständig gut, ja. Das ist schön. Nun, wir müssen ein bisschen auf Lilaladina aufpassen jetzt. Ja? Was hat eure Mutter denn gesagt? Mutter spricht nicht mit mir. Ach so, ich dachte, ihr wolltet mit ihr reden. Ja, ich rede mit Mutter. Mutter! Soll ich euch zur Aufmutterung das zeigen, was ich so gelernt habe in meiner Zofenschule? Ja, was denn? Das ist ein neuer Kampfstil, wenn euch Männer zu sehr auf die Pelle rücken, ne? Sei es in der Taverne oder so, da ist halt so eine Feier. Dann macht ihr so, da kommt so jemand so zur Nähe. Und dann macht ihr so... Das ist der Schrei des Kranichs. Und das funktioniert immer ganz gut. Nun, der Schrei des Kranichs ist vielleicht anzuwenden bei Jungs, aber nicht bei Männern. Denkt ihr wirklich? Nun, ich kann euch sehr viele Geschichten über Männer erzählen. Ich... Ich bin eine freie Frau. Oh, erzählen Sie über Männergeschichten? Ich bin eine... Ich bin eine Freudenprinzessin. Oh, erzählen Sie mehr. Ich will mehr wissen. Nun, du bist, denke ich, so unerfahren. Oh? Warum sagen Sie das? Sagt ihr das? Oh, was war das denn? Ich weiß es nicht. Nun, das Wichtigste, was du mal wissen musst, ist, rote Haare sind gefährlich und in der Liebe niemals ehrlich. Aber eure beiden Geschwister haben rote Haare? Pfff! Absolut korrekt und deswegen... Ja, weißt du ja, was stimmt. Welche Haarfarbe hatte nochmal der König? Mhm. Ja. Was war denn euer wilder Ritt? Wildester Ritt, meine ich. So bei den Bändern. Uff. Ja. Waren jetzt nicht alle so wild, weil... Ich bin sozusagen nicht zu bändigen, aber... Ja. Ja. Ja, ja, das verstehe ich voll. Ja. Nun, hier ist das Haus Weberlichingen. Ne, nicht Weberlichingen. Oh, hier war ich auch. Ne, wie ist das Haus? Sehr schön, sehr schön. Ne, warte. Ähm, Flatterberg. Ach, ja. Da, wo alle aussehen wie Geschwister. Selbst die Eltern. Ich glaube, das hat viel zu heißen. Hier? Hallo? Ist hier jemand? Die Prinzessin ist da. Aber gleich nicht mehr. Okay, ich gehe weiter. Tja. Tja, ich wollte euch ankündigen. Ihr könnt doch nicht einfach weglaufen. Ach, kein Problem. Ich benötige mein Messer. Wo ist dies denn? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss mir ein neues wollen. Wofür braucht ihr ein Messer? Selbstverteidigung. Ja, ich brauche auch eins. Um euch zu verteidigen. Für euch. Eure Hoheit. Oh. Nun, ihr müsst euch nicht immer niederknien. Wir sind doch quasi Freunde. Ach, ihr seid so gnädig. Ja. Hebt euch. Ja, ich zeige dir Zofe. Ich habe der Zofe gerade euer wundervolles Haus gezeigt. Ach, sehr ehrenhaft. Ja, und in diesem wundervollen Haus leben gar wunderschöne Menschen. Ja, ich sehe. Danke, danke. Ja, die beiden sind ein wundervolles Ehepaar. Oh. Prinzessin. Letztes Jahr war sie noch mit seinem Bruder verheiratet. Wem? Seiner Mutter? Seinem Bruder. Bruder. Mit meinem Bruder. Ja, richtig, richtig, richtig. Ja, ja, ja. Bis er dann in Unglade gefallen ist. Ist das nicht komisch? Ja, genau. Ist das nicht komisch? Ist das nicht komisch? So wissen das. In der Kiste. Ist das nicht komisch? Nur wenn sie es als komisch empfinden. Eure Hoheit. Natürlich ist das nicht komisch. Nein, nein. Ich hole auch... Immer wenn ich Briefe schreibe und sie in den Müll werfe, hole ich sie am nächsten Tag auch wieder raus und schreibe mal drauf. Ja, sonst Papierverschwendung, ja. Nun, ich will euch gar nicht aufhalten. Ich muss weiter. Bis dann. Nehmt euch gerne alles. Wir empfehlen uns. Bis dann. Tschüss. Ich habe hier letztes Jahr den Mann ausgespannt. Ich habe mir genommen, was ich wollte, weil ich die Prinzessin bin. Ich kann ja niemals widerstehen. Richtig. Ja, natürlich. Ja, ja. My lady. Das klingt sehr interessant. Meine Prinzessin. Meine Prinzessin. Hallo. Hallo. Oh. Prinzessin. Ja, die Flatterbergs sind immer etwas später dran mit den Knien. Sehr schön, was für Respekt sie für euch haben. Ihr. Ihr seht aus wie jemand, der sehr viel Spaß verbreitet. Ich freue mich, eure Bekanntschaft zu machen. So habe ich das. Herr Fienstech, mein Name. Falls ihr mal neue Gewänder braucht. Hofnarr, so kommt in meiner Schneiderei vorbei. Hofnarr, keine Liebschaften! Wieso nicht? Nein. Oh, ich bin bereits Witwe. Meine zwei ehemaligen Männer kleiden heute Könige von großen Namen. Wirklich? Eure Hoheitlichkeit verzeiht die Störung. Euer Vater hat mich beauftragt zu erfragen, welchen Namen ihr für euer Pferd wollt. Nun sagt mir einen schönen Namen für mein Pferd. Pferdi. Nein. Das ist der schlimmste Name, den ich je gehört habe. Okay. Nun, wie ist der Pferdename von Prinzessin Lila Lalina? Das weiß ich noch nicht. Eure Hoheitlichkeit habe ich noch nicht nachfragen können. Ich würde es besseres Pferd nennen. Pferd Nummer 1. Ja, Jen ist auch ein schöner Pferdename. Nein. Verzeiht eure Hoheitlichkeit. Davidov. Davidov. Das ist der Pferd. Oder? Wie wäre es, wenn das Pferd Lolina heißt? Okay. Sag die Grüße, Prinzessin. Da werdet ihr aber mehr. Barbara, die Eisern ist die stärkste von euch. Wissen wir. Wie hieß der erste Macker von der Prinzessin Astfried? Danke. Was ist, wenn man Astfried rückwärts macht? Also Hoheit. Ja. Wo stecktest du? Du weißt doch, dass ich für unterwegs bin. Vater, ich muss mit dir reden. Wieso rede mit mir? Ich habe doch immer ein offenes Ohr für dich. Vater, warum haben alle deine Kinder eigentlich... Ich muss los. Haha, kleiner Spaß. Entschuldigung. Erzähl weiter. Nicht lustig. Verzeih mich. Soll ich Milch holen gehen? Ja. Okay. Okay. Oh. Bei dir. Bei dir. Bei dir. Bei dir. drill da. Ihr seid gewandt mit Worten natürlich erteilt. Natürlich, Eure Majestät. Was? Könnt ihr dies bestätigen? Ich bestätige alles, was ihr sagt, Eure Majestät. Nicht ich sagte es, meine Tochter sagte es. Was sagt die Tochter? Sinngemäß, alle Rothaarigen sollen auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Richtig. Ich fordere dies schon seit zwei Jahren. Nun, vielleicht etwas exzessiv, Eure Majestät. Vielleicht eher in Einzelfällen jene Rothaarigen, die sich für Brechen am Königshause schuldig gemacht haben. Diese sollen natürlich ohne viel Umschweife sofort verbrannt werden. In Ordnung. Was haltet ihr eigentlich davon, dass Lila Lalina Prinzessin 2 eigentlich meine Lieblingsfarbe geklaut hat? Hat sie? Hat sie und du weißt genau, dass das ein großes Problem ist. Lalina trägt ein lila Kleid. Ihr Name ist Lalina, weil ihre Lieblingsfarbe lila ist. Dementsprechend heißt sie ja lila Lalina. Lila Lalina möchte... Lala, lila, lala, 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 lala. Ja, genau. Lila Lalina will alles auf ihren Befehl. Übrigens, Pinkfärbenpfade, was hältst du eigentlich davon, sag mal? Ja, das sind Dinge, die solltest du klären. Das ist deine Tochter. Redest du nicht mit ihr? Sag mal, redest du nicht mit einer Tochter? Hä? Hä? Eure Majestät, wenn ich... Aber gut, ich hatte ihren Unsinn auf dem Festland aufgeschnappt im Internate. Mhm. Und wo ist sie? Weißt du das auch? Du bist ja so ein guter Vater, oder? Ich wies an, dass sie das Schloss nicht verlassen möge, ohne von einer Wache begleitet zu werden. Nun, sie ist stets und ständig draußen alleine. Sie war vorhin von Schweinen angegriffen. Ja, ich war dabei. Ich habe die Schweine gejagt und dann sind alle weggelaufen. Das, äh, sind beunruhigende Nachrichten. Sevenus! Eure Majestät? Ich erwarte, dass ihr euch darum kümmert, dass dafür gesorgt ist, dass meine Töchter immer in Begleitung von Wachen unterwegs sind. Außer mir. Die Wachen sollt ihr am Arsche kleben, wie eine Warze. Mehr nicht. Dies ist meine Anweisung. Ich bin warzenfrei. Sollen wir die Wälder der Königsgörder dafür abziehen, oder tun es die Burgwachen? Nun, es ist mir gleich, solange sie niemals unbeobachtet, ohne Bewachung, irgendwo, dort draußen beim Pögel, umschmeißen. Nun, da möchte ich aber auch mit der 15 Wachen an meinem, 15 Warzen an meinem Arsch haben. 15, so sei es! Ich will mit 15 Warzen durch die Stadt ziehen! Burgwachen, zusammentreten! Mehrburgwachen! Sevenus, sucht euch 14 Burgwachen und begleitet die Prinzessin! Zu Befehlen! 2, 5, 7, 9, 10, 10, 11, 11, 14, alle die ich abgezählt habe, begleiten von nun an die Prinzessin wie eine Warze an ihrem Arsch! Also ganz nah hinten! Jawohl! Maximaler Abstand, 2 Meter! Minimaler Abstand, 1 Meter! Ich wette, ich könnte sie alle abhängen! Wir werden sehen! Jeder, der sich von der Prinzessin abhängen lässt, wird exekutiert! Ich geh' los! Und dann ist Tor zu! Ich geh' los! Ah, ich folge euch! Ich brauch' den Klappenbein mit vor! Nun, wie viele sind wir noch? Ich muss so viel Sport machen heute! Die Hälfte ist verloren gegangen! Ich hab' die erste Hälfte bereits abgeschüttelt! Hab' ich wirklich? Ha ha! Ja, ihr seid wahrlich schnell! Eure Hoheitlichkeit! Wo rennen wir so? Prinzessin, wo habt ihr's so eilig? Was ist das? Oh mein Gott! Äh, hohe Einigkeit! Dafür werde ich zu wenig bezahlt! Auf jeden Fall, den Sonnenbrand zu vermeiden, ja. Ja, auf jeden Fall. Hm. Hm. Ah, entschuldigen Sie, da hab' ich mich verzahnt. Ja, ne, ein noch, ganz genau, richtig. Ja, ja. Drei noch ist richtig! Ist das hier einer? Nein! Ah! Ah! Warum müssen wir so rennen? Das ist Training! Ich werde euch alle abschütteln! Womit haben wir das verdient? Womit haben wir euch gute Bezesse verdient? Du hast dich als Warze angeschlossen! Nicht ich! Ja, ich weiß ja nicht, wo ich sonst hin soll! Außerdem will ich gerne eure Warze! Ah! Ah! Es tat ein wenig weh, Aua! Hm. Ist, müsst ihr das immer so machen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, das Drehweh macht sich bezahlt! Das ist ja total toll! Dankeschön! Und man sieht so viel vom Nutz zu lassen! Ja, die beste Tour aller Zeiten! Ich bin ja so glücklich! Abenteuer! Ja! Abenteuer! Ja! Abenteuer! Unkelchenchen! Oh mein Gott! Nicht dich! Unkelchenchen! Ich hab Warzen am Arsch! Da! Das tut mir leid! Was? Hast du denn die gesamte Burgwache in Vollrüstung rennen lassen? Ja! Nun sollen sie trainiert werden! Ja! Nicht nur die Soldaten! Ach sie bald! Geht's dir besser! Ich merke schon, euer Vater vertraut euch! Ja! Ich ähm... habe mittlerweile... Kleidung! Ich weiß, dass sie mich in diesem Anblick wahrscheinlich eher selten erkennt! Ah! Nein! Ähm ja! Nun! Ich hab was zu essen für euch hier! Ach! Prinz Willi, sie sind mitgerannt! Eure Hoheitlichkeit, wenn ich kurz unterbrechen dürfte! Was? Also... Prinzessin 2... Ich meine natürlich... Eure Schwester hat sich über einen Pferdenamen entschieden! Ja! Der lautet Schmuckli! Ich weiß nicht, was ihr damit anfangen wollt! Okay, ich hab schon einen Namen! Der wäre... Ähm... Nach meinem ersten Garten... Bitte... Fast Garten... Der Name rückwärts buchstabiert! Bitte so nennen! Danke! Äh... Äh... Moment! Ein... Eigentlich sollte ein Schwein so heißen! Aber ja! Bitte nennen das... So! Ja! Es gibt nichts Schlimmeres für ihn! Ähm... Ich habe eure Ex-Gattin gesehen! Die... Oh Gott! Dann... Äh... Weiterhin viel Glück! Passt auf! Da hinten sind Wildschweine und das alte Turnierplatz! Natürlich! Hab Dank! Und ähm... Du solltest dir was anziehen! Du hast... Irgendwie hast du zugenommen, obwohl du im Käfig warst! Okay, weiter jetzt! Oh nein! Ich schon wieder! Weiter ging! Äh... Äh... Endlich können wir uns die Knoppen vertreten! Außer unser tägliches Training! Ein Hirsch! Jagd ihn! Ich will diesen Hirsch! Oder Reh, was auch immer! Los! Sie läuft! Sie... Die Prinzessin! Sie läuft weg! Hahaha! 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 Eh fuck... Haha! Dann... Er... G Himmel... ... Nun haben wir jemanden verloren. Natürlich ist Ablehnungsmanöver. Seht ihr denn welche verloren? Habt ihr was zu essen dabei? Wir kriegen nichts zu essen. Danke. Natürlich Prinzessin. Hier, ich habe ein paar Pilze und der Wichs gesammelt. Ich finde ihr solltet sie essen. Es ist die Pilze. Und sind sie... Wer war das? Nennt den Namen, wer von euch war's? Was so ist? Nein, meine Prinzessin. Ich war's nicht. Noch mehr Pilze zu sammeln! Ein bisschen Burgwachen-RP hier machen. Ey, die sind ja sonst nur an der Burg. Die armen Leute, Junge. Oh! Verletzen sie sich nicht? Natürlich nicht! Ich bin nur draußen unterwegs. Passt auf Prinzessin! Nichts! So schnell! Nicht die Splitter! Da muss der Finger abflutiert werden! Das weiß doch jeder! Nein, steck er ins Arm! Ich bin der Sumpf. Nicht der gute Arm. Sagt ihr euch sicher, dass ihr den Sumpf wollt? Hat sie schon jemals so weit draußen? Nein. Der Sumpf! Der Sumpf! Leute, ich bin nur draußen! Ich bin nur draußen! Woher sollt ihr das wissen? Weil ihr mich nie findet! Ich bin so dankbar, dass wir das erlebt dürfen. Ja! Das werde ich niemals mehr vergessen. Ja! Ich hole euch da raus! Lang lebe die Prinzessin! Ja! Lang lebe die Prinzessin! Lang lebe die Prinzessin! Lang lebe die Prinzessin! Lang lebe die Prinzessin! Nun, lasst es uns versammeln! Wie ihr mitbekommen habt ihr seine neue Prinzessin im Hause? Prinzessin 2, lila Lalina! Richtig? Jawohl! Wie ihr seht, hat sie ein lila Kleid an! Sie verneint, dass ihre Lieblingsfarbe lila ist! Deswegen müsst ihr sie immer mit Prinzessin 2, lila Lalina ansprechen! Sehr wichtig! Verstanden! Verstanden! Könnte jemand bitte diesen Codhaufen wegräumen? Natürlich Prinzessin! Nun! Wir sollten mehr zusammenarbeiten! Ich weiß, dass mein Vater nicht viel mit euch kommuniziert! Und ich tue es aber! Wir werden ab sofort enger zusammenarbeiten! Und ihr werdet mir alle Informationen liefern! Naja, von lila Lalina und was sonst so abgeht! Und wenn ihr irgendwelche Smalltalks führt! Nennt man in ferne Lord so Smalltalk, hab ich gehört! Dann könnt ihr mir das auch erzählen! Wir können doch manchmal abends zusammen quatschen und so! Das ist nämlich wichtig! Weil ich bin... Ich mag einfach nicht dieses ständige... Naja, man geht sich aus dem Weg! Wir sollten eine Freundschaft aufbauen! Dafür bin ich da! Sie sind so volksnahe Prinzessin! Nun, gibt es bereits... Ein Hoch auf die Prinzessin! Ein Hoch auf die Prinzessin! Gibt es bereits irgendwelche Liebeleien zwischen euch? Keine Liebeleien, nein! Nein! Also ich mag mich selber sehr gern! Oh, das ist gesund! Von gesundem Natur! Noch nicht! Wir lieben nur unsere Arbeit in ihrem Hof! In Ordnung! Nun, hat jemand von euch rote Haare? Nein! Ich bin hässlich! Sehr gut! Denn hätte jemand rote Haare dann... Ich hätte gern Haare! Ich wünschte auch! Ich hätte eine schöne Frisur wie ihr! Nun, dafür seid ihr stark! Ihr habt bestimmt andere Stärken! Ja! Ich bin... Ich bin stolz auf meinen Bart! Also das ist auch etwas, worauf man stolz sein kann! Oh, sie sind ja hübsch! Nun, in Ordnung! Mir ist es leider nicht gelungen, euch abzuschütteln! Ich freu mich, was da hinten ist! Ich hoffe, ich mein Handy auch! Es lüftet die Ruhe! Ich bin auf einem Schiff! Oh mein Gott! Ich bin auf einem Schiff! Ich bin auf einem Schiff! Wir machen... Derjenige... Der es schafft, in diesen Käfig zu springen... Ist der ultimative Wächter! Probiert es! Was ist denn der Preis für den ultimativen Wächtern? Nicht geschafft! Nun... Einen Wunsch! Oh! Ah, der Erste! Ja! Sehr gut! Hätte noch jemand gerne einen Wunsch! Vielleicht da hinten rein? Oh, der bleibt einfach drin! Ah! Der bleibt einfach drin! Die lassen den alleine! Die lassen den alleine! Ich glaubs ja nicht! Ein Wildschwein! Passt auf Prinsenzen, Hilfe! Au, au! Der schützt die Prinzessin! Jemand muss zum Schiff zurück, um ihn nicht alleine zu lassen. Jemand von euch muss zum Schiff zurück, um ihn nicht alleine zu lassen. Aber Prinzessin, wollten wir nicht zusammenarbeiten? Ja, aber das ist nur ein Spiel. Das ist ein Spiel. Ein wunderbares Spiel. Ja. Aber wenn wir die Spiele verlieren, dann werden wir geköpft. Nein, nein. Ich habe schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt. Machen und Warzen loswerden. Ist er jetzt da ganz allein? Das war wahrscheinlich sein Wunsch. Ja, eure Majestät, er ist ganz allein. Oh nein. Okay, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ihr geht da jetzt hin und ihr sagt, die Prinzessin ist verstorben. Was machen wir jetzt? Ja, aber ich will wissen, was er sagt. Er wäre zu tun, dass er nicht. Nicht, dass er sich auch ins Leben nimmt. Das geht doch gar nicht da drin. Aber vorher nimmt er uns zu schüten. Er ist noch da. Okay, einer geht ins Leben und sagt, es sind alle verstorben. Ich kann jetzt davonrennen, dann habe ich zwei hinter mir verloren. Oh, Prinzessin. Ihr seid wahnsinnig klug. Ja, zwei, zwei. Lang, lieber die Prinzessin. Ja. Aber je mehr Leute wir verlieren, desto weniger können sie daran verlieren. Die finden wir schon alle wieder. Unsere Kopfe werden rollen. Für die Prinzessin. Wir sollten jemanden losschicken, um zu sagen, dass jemand im Käfig ist. Das ist so witzig. Uff. 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 Aber mit wieviem bin ich denn losgegangen? Prinzessin, was habt ihr vor? Ähm, naja wir müssen berichten, dass jemand im Käfig gefangen ist. In Ordnung. Aber ich habe was. 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 Gut. Wie war glücklich? Wie war glücklich? Es ist so schön, das Dorf zu sehen. Und ähm. Oh. Ich bin durchaus sicher, dass eure Fähigkeiten... Sagt Hallo Lila Lalina. Schwester! Hallo Lila Lalina. Hallo Lila Lalina. Ja Lila Lalina. Du hast alle Wachen genommen. Ja. Ähm. Natürlich. Das ist mein gutes Recht. Und ich habe keine. Ähm. 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 Ja, dann musst du den Rest nehmen. Den Rest will ich aber nicht. Naja. Aber steht dir ja zu, der Rest? Ich verdiene mehr als den Rest. Ähm. Sieh sie als eine Art Warze. Für eine Wache hast du eine Warze am Puppes. Ich habe keine Warze. Mein... Mein Puppes ist sehr rein. Ja, dann brauchst du ja auch keine Wachen. Ich meine, du bist eine starke Frau. Du kannst ja wahrscheinlich auch ohne, oder? Bedeutet das, dass du sehr viele Warzen hast? Ach. Ja. Korrekt. Oh, oi, 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 oi. Oh, da ist Vater. Vater! Schau! Ich habe es, ich habe es fast geschafft. Ich habe noch... 1, 2, 3, 4. Wie? Ja. Ich habe es geschafft, jemanden im Käfig einzusperren. Der kommt da nicht raus. Ähm. Tochter? Ja? Bist du dir sicher, dass dein Verhalten prinzessinlich ist? Hatten wir nicht über prinzessinliches Verhalten geredet? Ja. Ich habe... Mich deucht. Du schreibst nur Schabernack und Unfug. Ich habe Spiele gespielt. Weiß ich. Spiele. Zum Wohle des Königreiches Rastalord oder zum Wohle deiner eigenen Belustigung? Zum Wohle meiner Aufarbeitung meiner verlorenen Kindheit. Weil mein Vater nichts mit mir unternimmt, muss ich mich endlich immer irgendwie beschäftigen. Ich habe dir 15 Wachen an die Seite gestellt. Wenn das mal nicht meine väterliche Liebe unter Beweis stellt. Ich kann jetzt auch zum Dorfplatz gehen und ihr 15 Äpfelohren. Es schleiche ich trotzdem nicht damit aus, dass ich keine Zeit mit dir verbringe. Kind, ich liebe dich, aber ich muss weiter. Wachen aus dem Weg. Bleib bei der Prinzessin. Gute Arbeit. Ich bin immer wunderschön. Obdank. Ach, ähm, Herr König wissen Sie... Was machen wir denn jetzt mit dem Moment schwierig? Kinder! Undankbar werden Sie ab einem gewissen Alter... Der wird ausgetauscht. Aber ihr seid doch alle unaustauschbar. Ich finde jemanden abholen. Sagt das mal dem König, der sieht nicht, dass wir unaustauschbar sind. Hm. Habt ihr... Wären wir ein Fernelot, könntet ihr das zum Beispiel in eurem Helm kommunizieren? Ich weiß ja nicht. Haha. Aber nur ein Fernelot. Wir werden jemandem Bescheid geben. In Ordnung. Ja, schön, schön. Ähm, ich lau vor. Du folgst. Hallo, Mann. Sir Kokok. Sir Kokok, du willerliches Hühnchen. Dich rupfe ich noch. Dich rupfe ich und ich fress dich. Ich brauch dieses Huhn noch. Bitte rufen Sie jetzt nicht. Du da. Du bleibst jetzt bei mir. Du hast Ihnen nichts zu tun, richtig? Natürlich, natürlich. Wenn Sie eine Prinzessin wünscht, natürlich bleibe ich. Wie ist mein Name? Wenn ja... Wie? Wie? Ja, ich erwarte eine Antwort. Wie ist mein Name? Hübschheit braucht keinen Namen. Weil ihr einfach perfekt seid. Ach, wirklich? Ja. Nun, sag mir fünf Dinge, die ihr an mir wunderschön findet. Nun, ähm... Ich mag... Das goldene Haar. Was euer Gesicht verdeckt. Und, ähm... Eins? Von fünf? Fünf von fünf. Natürlich, ähm... Ach, wenn man hier nur Bänke hätte, wär das so viel schöner. Dann müsste man nicht immer so viel laufen. Meine Armenfüße. Oh, ne... Doda! Ja! Hey, ich war vorhin bei dir zu Hause. Äh... Äh... Ich verstehe. Nein, ich sehe sie zum ersten Mal. Ich bin ein alter Reisender. Geh auf die Knie! Wieso? Wieso, wenn ich fragen darf? Tatsächlich. Eine Prinzessin. Oh. Es tut mir leid, Prinzessin. Nun... Ähm... Dieser nette Herr wird dir jetzt auch meinen Namen verraten. Ja, richtig. Das ist Prinzessin Gwinyania. Oh. Prinzessin Gwinyania. Ja, Prinzessin Gwinyania. Ja. Ja. Ich bin da. Ich bin da. Wilbord Wunderlich. Wilbord Wunderlich? Ja. Nun, wo kommt ihr her? Ich bin ein alter Reisender. Ich reise durch die Welt. Ich bin nur ein ganz normaler Reisender. Und was ist euer Ziel? Ja. Ich habe keine Ziele. Oh. Ich möchte nur ein bisschen erkunden. Und wie hat es dich jetzt nach Rasselot getrieben? Ich bin einfach gereist und jetzt bin ich hier. Und... Ich habe keine Ziele, gar nichts. Und dann müsstest du auch direkt an der Burgenrach? Ich habe nur hier viele Menschen gesehen. Ich wollte mal gucken, was hier so los ist. Ah. Verstehen Sie? Aha. Ich muss sagen, sie sind wunderschön. Wirklich? Ich dachte ihr. Wirklich. Könnt ihr mit zwei Komplimente machen? Sie haben wunderschöne Augen. Und ihre Haare. Ich will doch nur die Zonen. Prallen. Sehr schön, sehr schön. Nun. Es ist richtig mein Wohl. In Ordnung. Dann will ich euch gar nicht weiter aufhalten. Ihr seid wahrscheinlich hungrig und so. Ich bin übrigens auch hungrig, ich brauche Essen. Ja, ich bin wirklich auch hungrig Prinzessin. So, habt ihr mehr? Wir sollten mal in die Speisekammer gehen. Die ist da noch drin, oder? Äh, bestimmt. Ja, die ist da noch. Nun, Prinzessin dürfte ich gleich vorstellen. Aber natürlich, ihr seid schon so alt. Ihr seht doch echt alt aus. Was? Oh Gott, ich glaub mir geht's nicht so. Oh! Was? Nein! Ich mein... Ihr Rücken ist schon sehr alt. Was habt ihr mir zu Essen gegeben? Die andere Richtung gelaufen. Was soll ich denn noch machen? Sie stehen doch schon wieder. Keine Sorge. Habe Dank. Nur wir sollten in die Speisekammer. Gehabt euch wohl. Wenn man selber sehen kann, wo die rumlaufen. Das wäre ja sehr praktisch. Oh Gott. Ja. In meinem Alter hatten wir noch so'n Ordnung. So'n ganz viel Ordnung vor allem. Und so. Und so. Nun lass uns die Speisekammer suchen. Einmal hier rechts die Treppe rum. Hier? Okay. Oh. Oh. Butcher. So. 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 Baby. lässt sich, dass sie nicht sticken. Oh Gott. Ähm, ups. Wir müssen es schnell wieder einräumen. Ist alles rausgefallen. Oh, ja natürlich. Du hast es geschafft. Ich würde mir wünschen, dass die ganze Wache Angeln und Lauten bekommt. Was bekommen die? Angeln und Lauten. Angeln und Lauten? Korrekt. Was sind Lauten? Musikinstrumenten. Oh. Ja, das wäre... Ja klar. Das ist bestimmt machbar. Also das wäre sehr gut. Angeln und Lauten. Lauten habe ich noch nie gehört. In Ordnung, lass uns das organisieren. Aus warnen. Okay. Okay. Alson. Oh. Jeezender. Wo ist Davidoff? Danke. Nun, ihr bekommt alle Angeln und Lauten. Habt Angst, Pizzen. Habt Angst, Pizzen. Wo ist Davidoff? Wo ist die Küche? So sag es mir. Nun, lass ihn liegen. Du hast also Hunger. Sing mir ein Lied. Du bist zur Belustigung da. Ja, ich würde natürlich ein Lied singen, aber meine Arme sind so schwach. In Ordnung, dann sing sofort für mich ein wunderschönes Lied. Dann bekommst du auch was zu essen. Oh, Prinze. Ja. Du gibst mir zwei Minuten Vorbereitung. Oh, natürlich. Dann werde ich das natürlich so lockend machen. In der Zeit brauche ich was zu essen. Ja, ja. Ja. Dankeschön. Hast du Davidoff gesehen? Äh, ne, leider nicht. Wenn du ihn siehst, dann sag ihn, er soll für alle Wachen angeln und ähm, Lauten verteilen. Okay, äh, verstanden. Gut. Und Alkohol. Nein, das ist ja für einen anderen Wunsch für einen anderen Tag. Obwohl, Moment. Eigentlich sollten wir nur eine Sache machen und für jeden Tag könnt ihr einen Wunsch gewinnen. Was müssen wir dafür tun? Nun, jeden Tag gehen wir auf Ausflug und dann müsst ihr was tun, dass ihr den Wunsch bekommen. Eine hervorragende Idee, Prinzessin. Ja, so haben wir jeden Tag ein Spiel. Welchen klugen Kopf ihr doch. Nun, wolltet ihr zuerst die Lauten oder die Angeln? Angeln. Ich wär für die Lauten, damit wir die Prinzessin jedes Mal mit den Lauten begrüßen können. Die Lauten, würde ich sagen. Ja, die Lauten. Gut. Dann klär ich das dann. Nun, wo ist unser Bespaßer? Er müsste noch eine Minute in den Blick. Hm. Und die Wache blöken sonst da. Ich bin auch für die Ausnahme gewesen. Also, da bräuchte ich den Wunsch, wenn du nicht mehr Ausnahme bist. Schön. Nee, die Prinzessin ist hier. Hm. 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 Hat ihn jemand gesehen, wo er hin ist? Such den Bespaßer. Bespaßer. Ich habe irgendwie Bedenken, dass er sich aus der Viserie gezogen hat. Bespaßer, bist du da? Hat jemand gesehen, in welche Richtung er gelaufen ist? Bäh. Schimmeliges Huhn. Schimmelhuhn, 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 Schimmelhuhn. Er war ein guter Huhn, Schöscher-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko. Er hat Schö-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko. Ist er nicht Richtung Küche gegangen? Ein weiteres Suchspiel. Nun, aber diesmal wird's ernst. Er wird bestraft, wenn er gefunden wird und er sich versteckt hat. Welche Bestrafung habt ihr im Sinn? Afterballen piksen. Dafür sollten wir uns aufteilen. Ich würde gerne hierbleiben. Die Befehle ihres Vaters lauten aber, sie sollten an ihnen kleben. Ja, aber... Wie eine Warte. Ja, aber auch ich gebe Befehle. Und mein Vater ist gerade nicht da. Sie verstehen aber sicher unser Dilemma, oder? Nein. Nein. Ja. Prinzessin, ist euer Vater da? Ach, immer suchen alle nur mein Vater. Nein, ist er nicht. Warum? Ähm, mein Beileid zur Schwester. Oder? Also ich meine, große Glückwünsche. Lila Vanina ist eine wunderbare Schwester. Das freut mich. Ich kenne euch. Ihr seid bestimmt eine Person, die noch gerne eine andere Frau neben sich hat, genauso viel Macht wie ihr habt. Ja, ja, ja. Ich liebe sie. Was hat sie gesagt? Gibt es denn nichts? Ich wollte ihr selbst nur Gratulation dafür aussprechen, so als alter Bürgermeister. Das ist ja auch irgendwo meine Pflicht. Das ist so traurig. Alter Bürgermeister, wenn ich mich daran erinnere, wie gut du das gemacht hast als Bürgermeister und jetzt hast du alles auf einmal verloren. Du hast deine Familie verloren und deine Frau schlief mit deinem Bruder. Euer Mitleid, das nehme ich gerne entgegen. Wo auch ihr natürlich eigentlich der Beginn von allem war, was schlecht ist und mich zu dieser Situation gebracht hat. Aber ja, vielen Dank für das. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe mich nur gezwungen, um die Macht zu erhalten und euch zu... Ja? 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 Meine Frau ist so gekränkt. Ich glaube, dass das, was sie gerade macht, einfach nur eine Art Racheakt dafür ist, was ich ihr angetan habe. Ja, irgendwie ist sie komisch. Sie hat irgendwie Angst, dass ich mich an ihren Mann ranmache. Ich verstehe das nicht. Nun, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat es nichts mit mir zu tun, dass du ein Jahr lang im Käfig warst. Ach, ihr wart der nackte Mann. Ja. Wir lachen nicht über traurige Menschen. Er macht mir gar nicht einen so traurigen Eindruck. Nun, ähm, die Frau von Weberliching meinte auch schon, ich erähnele einem Donnergott. Deswegen, ähm, sollte es vielleicht gar nicht mal so schlimm sein, so zu sein, wie ich es jetzt bin. Ihr erähnelt meinen Bruder. Aber ja, wenn eure Schwester... Stimmt. Äh, ich? Ja? Müsst die zweite Prinzessin nicht anzutreffen, wie auch nicht der König? Nein? Was ist denn dein... Was möchtest du? Äh, wie gesagt, nur meine Gratulation aussprechen und, äh, den König nochmal persönlich dafür danken, dass ich hier gerade wieder auf freiem Fuß bin. Ja, der König ist gerade einfach unterwegs, mal wieder. Was auch sonst. Dann hab Dank für diese Information. Ähm, wisst ihr ja bei den Flatterbergs bereits, dass, ähm, ein Fest eingesetzt hat. Die große Versammlung von Leuten, die eigentlich nicht in mein Haus gehören. Oh ja, gerade jetzt in dieser Sekunde. In euer Haus? Es ist immer noch meins. Wo wohnst du denn jetzt? Warum seid ihr denn nicht dort, wenn es euers ist? Weil ich mich, ähm, wisst ihr was? Es ist doch auch total egal, was gerade mit meinem Haus ist. Wer seid ihr eigentlich? Mein Name ist Grünfinger von Traubing. Ich bin der Finger des Königs. Und wer seid ihr? Hallo. Ich bin ein, äh, ein unbedeutender Mann, der nicht ansatzweise sogar, ähm, eigentlich, ähm, in eurer Nähe sein sollte, weil eure Aura viel stärker ist als meine. Danke. Ja, dessen bin ich mir bewusst. Erhebt euch, ich... Ist alles in Ordnung. Ah, der Geschichtenschreiber. Ah, der Chronist. Seid gegrüßt. Das ist unser alter Bürgermeister, der der ein Jahr lang im Käfig hing. Ah, der Herr Astibald. Ja, wer... Herr von Flatterberg, oder seid ihr noch von und zu? Ich habe es nicht ganz verstanden. Am besten streiche ich das alles. Ja. Das erklärt, das macht ja einige Lücken in meinem Kopf nun wieder. So keinen Lücken. Ähm, Herr von Flatterberg, ich wollte gerade zum Festmahl, das in Ihrem ehemaligen Hause stattfindet, könnt ihr mir vielleicht den Weg weisen. Das ist doch an Dreistigkeit gerade nicht zu übertreffen, oder? Es war doch eine höfliche Nachfrage, oder nicht? Vielleicht könnt ihr euch ein, zwei Taler verdienen, ihr seht aus, könnt ihr es brauchen. Also, ähm... Das natürlich. Wenn der Mittelfinger des Königs das so verlangt, dann tue ich das auch. Dankeschön. Ihr werdet drei Taler sogar erhalten. Ihr werdet zehn Taler erhalten, wenn ihr auch in das Haus hineingeht. So leid, da habe ich nicht die Befugnis. Ähm... Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, Herr von Flatterberg. Der König... Ich hatte den König gefragt nach einem Diener, weil es ist so viel zu tun als Hofkronist. Und er erwog tatsächlich, dass Herr von Flatterberg möglicherweise als Diener in Frage käme. Und wenn ihr mein Diener sein könntet, dann würdet ihr doch jetzt mit aufs Bankett als mein Diener kommen. Was haltet ihr davon? Das ist... So... Was von... Eine... Gute Idee, dass ich nicht weiß, wohin mit meinen Emotionen und vor Freude, aber nur vor Freude natürlich, gerade um mich herumschlagen würde. Also bitte lasst mich euch den Weg weisen, weil das wirklich, wirklich gut ist. Hervorragend. Ja, äh, dann... Machen wir uns auf. Ähm, aber bitte benehm sich dann auch... Äh, benehm... Benehm dich bitte dann wie ein Diener, ne? Sonst ist es nicht glaubwürdig. Benehm dich? Wie... Ja. Natürlich. Vielleicht sollte er die Schuhe aussehen. Ja, mein Diener hat schon Schuhe. Das geht schon klar. Ich würde sagen, wir sollten keine Zeit verlieren, denn ich glaube, das Festmahl hat schon begonnen. Du musst ihm schon dienerische Befehle geben. Ja, äh, Astibald, weise mir den Weg. Hm. Danke, Prinzessin. Aber natürlich. Ach, es ist doch wunderbar, was du schläfst. Wie ist das so, als Diener zu wissen, dass man jemandem dient? Was? Redet ihr mit mir? Ja, natürlich, Diener. Nun, ähm, ich glaube, dass ich, äh, genau richtig bin, weil ich auch nur, ähm, den Befehlen des Königs folge und somit, ähm, ein Zahnrad, ähm, für unser funktionierendes System bin, um, äh, dieses Königreich, ähm, weiterhin zum, zum Glanze zu verhelfen. Also, es ist mir eine wirklich ehrenvolle Aufgabe, das gerade zu machen, was ich hier tue. Und ich bin so verdammt glücklich darüber. Das muss so wahnsinnig sein, wenn man von so weit oben so tief runterfällt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das wäre. Na, was heißt tief? Es ist eine ehrenvolle Aufgabe, hier Assistent, sagen wir vielleicht Assistent des Hofkronisten zu sein. Oh. Und er trägt wieder Kleidung. Er läuft sogar wie so ein Diener. Nun, ich will ihn gar nicht weiter beschämen. Es gibt nur das kleine Problem im Übrigen, ähm, dass ich noch keine Einladung zu dieser Veranstaltung habe. Ich bin da. Aber wenn wir die Prinzessin bei uns haben, sollte das kein Problem sein. Ja, wollte ich gerade sagen. Und der Hofkronist ist auch wirklich eine so wichtige Aufgabe. Ich wünsche mir wirklich, dass in Zukunft es zu keinen komischen Objekten kommt, die eure Aufgabe bald übernehmen und alles dokumentieren können, ohne dass es wirklich einen Menschen gibt, der am Hofe anwesend ist. Das wäre ja schrecklich. Ihr seid so wichtig. Kommt mit, wir sind gleich da. Jeder Mensch ist wichtig. Auch Diener sind wichtig. Ah, das ist also der Palais Dera von Flatterberg. Beeindruckend. Hier spricht der Diener des Hofkronisten. Die Prinzessin als auch der Hofkronist ansüchte mit ihren Waffen an. Oh, hier findet gerade ein Festmahl statt. Warum sitzt sie hier? Ein Moment, ich hole den Herren des Hauses. Tretet ein. Nein, tretet noch nicht ein. Was? Ich wurde eingeladen. Was ist das für ein Friedhelm? Ich habe leider keinen Schlüssel, Frau Leinweber. Ich habe leider keinen Schlüssel vor dem Heberlichen. Ähm, behandelt man immer so eine königliche Majestät? Hier? Und seitdem ich nicht mehr im Hause das Sagen habe, geht das hier alles nicht wach unter. Nun willkommen, Herr Hoheibst, wenn Sie bitte eintreten möchten. Prinzessin, welch Ehre, euch zu sehen. Auf den Boden mit uns. Ja, wir haben gehört, dass hier ein Festmahl stattfindet. Prinzessin hat uns mitgenommen. Und darf ich vorstellen, Astibald, kommt doch mal rein. Kommt schnell. Was? Der neue Assistent des Hofkronisten. Der Diener. Oh mein Gott. Ich habe meine Assistenten mitgebracht. Seht ihr das? Oh, eure Hoheit treten Sie doch einfach, dass Sie haben Hunger mitgebracht. Was macht der denn hier? Das ist mein Assistent. Oh, dein Bruder, schau mal. Der gute Astibald. Geht mir zur Hand in Zukunft. Das ist seine Schmach. So was könnt ihr uns doch nicht anbieten. Wen dürfen wir dann bitte sich ermelden? Äh, Magister Steinikus, der neue Hofkronist in Begleitung von Prinzessin Gwendiania. Nicodäus, ich darf Ihnen den Hofkronisten vorstellen in Begleitung seines Assistenten. Das ist eine Lüge. Freude ist. Das ist eine Lüge. Hier bin ich. Also das ist mein Assistent. Ihr habt euch aber heute schon gesehen, oder? Ach, das ist Ihr Bruder. Ja, entschuldigt. Ich bin noch nicht so ganz informiert. Wie ist das eigentlich nochmal? Verlässigen Sie besser nicht die Wache des Königs. Wie ist das eigentlich so? Wache. Mit der Ex-Frau deines Bruders zu verkehren? Es ist mir immer wieder eine Ehre. Ich möchte diese Rüstung erklären. Sie kostet nichts. Weil sie eine wunderkolle Partnerin an meiner Seite ist. Dann nehmen Sie die Rüstung ab von der Wache. Gut zu wissen. Und es fühlt sich sehr gut an, dass diese Liebe erwidert wird. Ich kann Ihnen auch helfen beim Entkleiden. Etwas Fisch vielleicht. Präzis, können wir uns nicht in der Menschenmasse entkleiden? Können wir das im Privaten tun? Möchten Sie Platz nehmen? Wo? Hoheit? Ich gucke gerne im Stehen. Aber es ist nichts vor dem Essen. Das wird auf dem Boden gelagert. Ich will jetzt ein bisschen Aktionen sehen. Ich muss durch zur Prinzessin. Herr Rangarius. Ich glaube, sie ist gerade beschäftigt. Man kriegt ja Hunger, nicht wahr? Liege die Flasche aus der Hand, Vater. Aus der Hand. Vielleicht etwas Fisch für Sie. Lang lebe die Prinzessin. Ja. Ich würde gerne. Ich habe gehört, hier findet eine Feier statt. Und da wollte ich natürlich mal herkommen. Ich bin so eng hier, ne? Oh, hier oben war ich sogar noch nie. Ich habe die Schriftstücke verpasst. Geht es noch höher? Ja, hört euch viel zuhause. An der hervorragende Aussicht. Es ist nicht vorhanden, euch. Nicht hingucken. Jetzt kann man. Sie müssen einfach drüberspringen. Vielen Dank. Oh, wie schön. Ja, die Aussicht da ist wunderbar. Über das gesamte Königreich. Und zu dem Schloss rüber. Wenn sie sich umdrehen. Oh, ihr könnt fast in mein Gemach schauen. Das macht ihr nicht, oder? Nein, nein, nein. Wird gar nicht in Frage kommen. Wie ist euer Name nochmal? Nico Deus von Flatterberg. Nico Deus. Oh, halt. Aha. Nur, was gefällt euch an Rastalot so? Alles. Ich, ähm... Es ist ein wunderbares Volk, was hier lebt. Sehr offenkundig. Und... Sehr dankbares Volk. Unter dieser Krone leben zu dürfen, ist aber natürlich auch eine Ehre. Das freut mich zu hören. Warst du schon öfter auf dem Marktplatz, Nico Deus? Ja, da war ich schon dreimal heute tatsächlich. Und was ist dein Lieblingsort? Im Rathaus. Ähm... Ich muss später nochmal in die Schmiede. Ich denke, die Schmiede ist sehr amüsant. Hm. Ich muss auch nochmal in die Schmiede. Ach, wirklich? Ja. Was versteckt sie dorthin? Ich, ähm... Benötige... Ein Messer. Hm. Ich benötige eine Rüstung und ein Schwert. Oh, warum? Bist du ein Ritter? Nee, ich bin kein Ritter. Aber mein Bruder, äh... Astibald und ich werden morgen einen Kampf austragen. Wir werden jeder einen Abgesandten in den Kampf schicken. Oh! Oh, wie ist das entstanden? Ich denke, es fing schon damals an in den Gemächern unserer Eltern. Ziemlich oft aneinander geraten. Und... Naja, das hat sich bis jetzt hingezogen. Er redet nicht gut über mein Familienhaus. Wer von euch ist der Ältere? Ja, er ist 99 Tage älter. Au. Au, warte, was? Ich würde sie nicht anvertrauen. Ach, was? Aber das geht doch gar nicht. Er ist stur, er wollte raus. Ach so. Und... Und du hast dir dann gedacht, du bleibst noch drin? Naja, ich wollte erstmal den Platz genießen. Also war eine Frühgeburt. Nein, ich war eine Spätgeburt. Oh, zwölf Monate? Ja. Du weißt, eine richtige Warneproppen, doch? Ja. Oh Gott. Ganz schön besonders. Ja, wir, Flatterberg, sind sehr besonders. Ich sehe das schon. Ja, ich meine, ihr seht alle aus wie Geschwister. Ja, das machen die blonden, schön langen Haare. Ja. Doch, also ich habe auch keine Gedanken. Ja, schön, schön. Nun, ähm, ich will gar nicht weiter stören. Haben Sie schon Speis und Trank bekommen? Ach, ich bin, ich bin, ich bin zufrieden. Ich benötige nichts. Danke. Vielleicht sollten Sie sich nochmal mit Ihrem Bruder unterhalten. Ich meine, er ist jetzt immerhin Diener vom Königshaus. Ihr solltet vielleicht versuchen, ein bisschen miteinander zu reden und, ne? Ich denke, nach den morgigen Tagen werden wir definitiv nochmal reden müssen. In Ordnung. Es scheint hier ein emotionaler Moment zu sein. Ich will gar nicht spüren. Mit Lebe habe ich es zu tun. Da war es nur noch einer. Verzeihung? Ihr seid die Tochter meines neuen Assistenten. Gott, hier herrscht ein heilloses Durcheinander. Magister Steinikus. Ich weiß es nicht. Haben Sie mitbekommen, dass dieser Mann, über den wir hier nicht sprechen, da ist, als Assistent, als Assistent, als Assistent eines Hufkuhnichten, wie er sich behauptet. Echt? Wer will vom Himmel? Das tut aber weh. Na ja, er assistiert mir, zum Beispiel, hat er mir gerade eine Flasche Wein gebracht? Und? Das, äh, liegt doch unter der Erde. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr davon? Geh doch bitte zum Stadtteil, ja? Oh! Ja, die Prinzessin war auf dem Dach, ähm, die hat sich die Ausrichtsangeschaut. Nein, was für ein Riechen. Ah. Ähm, wartet mal. Ein, ein heilloses Triebmann. Der Verbrief darf nicht in seine Hände kommen. Er ist nicht vertrauenswürdig. Au, ins Hörs. Wo sind die? Weh mal nicht? Ja, die sind doch sowieso immer vorhanden. Sie läuft! Nein, Ragerius! Meine Damen und Herren! Meine Damen und Herren, der Gastgeber bedankt sich für Sie her und wünsche Ihnen allen einen schönen und sicheren Heimweg. Auch danke für die Einladung, das Haus Weberlichingen hat sich sehr gut aufgehoben. Nein, das ist doch, Alter, was ist doch, Alter? Scheiße! Ach. Ah, der ist immer noch da. Ist das? Piss dich! 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 Piss! Piss dich! Piss dich! Piss dich! Piss dich! Piss dich! Piss! Piss dich! Piss dich! Piss dich! Piss dich! Piss! Piss dich! Piss! Piss dich! Piss dich! Piss dich! Piss dich! Piss dich! Piss! 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 Naja, der Bache hat ein bisschen mit dem Speer zu weit rumgefuchtelt und es muss wohl Asti bald, Herr Wichler. Vielen Dank. Ich will wissen, was es mit dem schreienden, traurigen Geist auf sich hat. Nicht schon wieder, ich habe sie vorhin doch schon verprügelt. Ich brauche ein Messer. Wege. Okay. Und da rette ich wieder. Egal was ist, Prinzessin, sie begleiten sie? Natürlich! Das ist immerhin unsere Aufgabe, eine Warze an ihrem Hinter zu sein. Natürlich! Zwei Meter weit weg. Maximal einen Meter. Genau. Ja! 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 Ich bin zu diesem Schmitt. Ich bin zu diesem Schmitt. Sehr praktisch. Oh, oh, hier, oh, oh. So, nun, äh, gute Wachen. Ich habe mich verlaufen. Ah, ich weiß, wo wir sind. Wahrscheinlich ist der Schmied am Schlafen. Oder in der Taverne. Oder in der Taverne. Da ist jemand im Turm. Oh, die Totengräber. Ja, gegrüßt. Hallo. Suchst du jemanden hier? Oh ja, ich wollte nur sehen, ob hier noch alles zu ist und in bester Ordnung. Ja, hier war vorhin ein lauter schreiender Geist mit einem Schwert. Oh, mit einem Schwert? Ja. Das ist aber ungewöhnlich. Ja, der hat richtig gekreischt wie so eine Frau und dann hat sie so gedampft. Oh. Wahrscheinlich wieder jemand, der seine Ruhe nicht finden kann. Na, an mir kann es nicht liegen. Ich verbudel alle gleich fein. Na ja, aber dann liegt wahrscheinlich irgendwo noch jemand, den du nicht gefunden hast. Dann muss ich mehr suchen, da habt ihr recht. Musst du wohl wirklich? Hm. Ja. Aber deswegen komme ich auch an solche verlassenen Orte. Wenn hier jemand stürzt, findet es keiner außer mir. Ja, da mag was dran sein. Na gut, nur, dass du Bescheid weißt, dass du dich nicht erschreckst, wenn dir auf einmal jemand ins Ohr schreit. Oh nein, nein, das macht mein Freund auch. Da! Das ist ein Balken, eure Majestät. Ähm, da! Das ist eine Wolke. Irgendwo da? Ach! Prinzessin, wie sollst du zurück zum Schloss? Das wäre auch der Fackel eurer Wachen. Oh! 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 Und das ist eine Türe. Oh! Ich will, dass wir reinkommen. Mein Sessel. Oh! 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 So lieb, wollte ich sie warten lassen? Sie hat so vertrauenswürdig nach mir gerufen. Ja! Frau Pessl, Sie sollten sich das doch mal überlegen. Ich glaube, ich sollte mal schauen gehen. Die haben aber so einen Spixenstock. Ich, äh, ich bin hier, um dich zu verstehen. Ich habe mal mit meiner Mutter geredet. Mutter, sie ist verstorben und sie war auch ein Geist. Und deswegen habe ich mir geschworen, ich will Geister nie wieder missverstehen. Oh! Äh, das ist, äh, eigentlich eine schöne Sache. Wollt ihr einen Tee? Oh! Ich, äh, ja! Eine. Ja, ähm, der ist gleich da unten. Oh, wirklich? Ich, ich, ging... Ja, 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 der ist gleich hier unten, der Tee. Ja, wollt ihr auch einen Tee? Ja, alle wollen einen Tee. Ja, nun gut, gut. Ja, einen Tee. Ähm. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich, ich, ich habe etwas viel Tee getrunken in letzter Zeit und komme nicht mehr in den Ketter, aber... Oh! Gut, ähm, der Tee ist aus. Kann ich etwas anderes für euch tun, Prinzessin? Oh, heiße Messer? Ein Messer? Ach, ja. Was, äh, ihr, ihr wollt ein Messer? Ähm, ich, ich... Ja, ähm... Wollt ihr schon ein Messer? Ja, anstatt der... Äh, anstatt der ein Messer. Ich weiß nicht, ob man ein Messer schlucken sollte. Ich glaube, das tut Menschen nicht so gut. Nee, nicht dafür. Nicht dafür, nicht dafür, nein. Aber ob ich jetzt in so einen Tassengriff oder ein Messer festhalte, ist ja... Oh, das ist ja eigentlich kein großer Unterschied. Was sollt ihr mit dem Messer machen? Ähm... Ähm... Ich hab nur Holzstäbe. Das wird euch nicht viel bringen. Oh. Da müssen wir in der Flächerei fragen. Das wär vielleicht, äh, hilfreich, ja. Ja. Sag mal... Und wenn ihr nochmal mit Geistern kommunizieren wollt, dann sagt mir gerne Bescheid. Ich hab vorhin einen gesehen. Einen Geist? Ja, mit einem Schwert. Hier hat man ins Gesicht geschrien. Ins Gesicht geschrien? Ja, so... Äh, etwa so. Nee, nach der richtig so... So richtig hoch. Ungefähr so? Ja, und verzweifelter. Und lauter und schreiender. Das klingt aber... Ja, ist fast so, ja. Ah, ja, ja, ja. Nee, kenn ich nicht. Hm, hm, hm. Ich verstehe. Hm, hm. Ja, die war hier und... Und da war hier so Rauch und so. Ah, ja, ja, ja. Natürlich. Nee, hab ich nichts mit zu tun. Okay. Na gut. Ich muss meiner Mutter gleich Gute Nacht sagen. Mutter am Friedhof. Mach das, mach das, ja. In Ordnung. Sie wird sich freuen über einen Besuch und, ähm, verfolgt diese Sache mit dem Messer auf jeden Fall. Ja. Und der Totenkräber hat Spaß mit Türen. Ja, ja. Ist auch in jeder Tür was anderes. Naja, also je nachdem, aus welchem Winkel man das betrachtet. Dann sind wir Särge nur mit zwei Öffnungen. Ja. Ja. Zur Weihnachtszeit habe ich überlegt, ob ich mir noch mehr Türen in diesen Turm einbauen lassen sollte. Ungefähr noch 20 weitere. Ja. Nun denn. Es ist schon schwierig. Macht es gut. Ritte Nacht. Wenn wir übrigens gut clippen und viel clippen, können wir ein Best of Rust-A-Lot machen am Ende. Deswegen, wenn ihr clippt, gebt bitte den Clips immer Titel und packt die in die Clip-Kanäle. Wo ist der Fleischer? Am Marktplatz. Da muss ich vorhin schon vorbei. Ah. Ich kann mir das nicht merken. Ich habe es zwar nicht so mit Namen, aber Orte für die Flüge. Ha. Ich kann ihn helfen. Ich kann ihn helfen. Ja. Ist er? Hallo? Herein. Wo ist denn da? Oh. Was ist denn? Ist das deine Fleischerei? Guten Tag. Oder gute Nacht. Weiß nicht. Ähm. Ist das deine Fleischerei? Ja. Ja. Ich bin Cornelius Klotz, der Fleischer. Ah. Super. Ähm. Ich brauche ganz dringend ein Messer. Ein was? Ein Messer? Ja. Ich hätte gerne ein Messer. Aber. Ich habe nur mein eigenes Messer. Der Schmied ist doch da vorne. Ach so. Also. 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 Grimm meinte, dass du Biermesser hast. Wachen halt das Huhn von mir fern. Ich habe. Ich habe. Was hat er denn wieder? Wie gesagt. Ich habe nur mein eigenes Messer, mit dem ich den Tieren die Haut abziehe und so. Ach so. Ja gut. Dann muss ich mir woanders eins besorgen. Da wäre ich ja arbeitslos dann. Oder ich müsste mir selber morgen ein neues kaufen. Okay. Ist da jemand von den Schmieden da? Oh, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich war, bis gerade war ich in der Taverne. Und dann habe ich gesehen, dass da... Also warum können die das mit den Erfahrungen bringen und einem auf den Marktplatz rumschreien? Über einen Knarren zu lachen, das ist keine Strafe. Wir sollten ihn betrauern. Äh, ich guck mal, ob sie vielleicht am Pranger stehen. Oh, Prinzessin, vielleicht könnte ich ihnen ein Messer besorgen. Dann versorge ich mir ein externes Messer. Ah, ich verstehe. Und ich werde versuchen, ihn in einem Messer zu finden. Ich brauche dringend eins bis morgen, so schnell wie möglich. Bis morgen, so schnell wie möglich. Es ist sehr wichtig. Okay, wo werde ich sie dann? Wo finde ich sie dann am Königsbräuers? Überall. Ich verstehe. Okay, mache ich. Dann, äh... Wurde auf. Und wenn du das findest, dann darfst du morgen in meinen Gemälchern übernachten. Ich werde ein Messer finden. Gut. Was ist denn hier los? Nö, es ist alles gut. Ich habe mich nur für die Schneidereien... Äh, für die Fleidereien interessiert. Ja. Was ist denn das? Ja. Ist das eine riesen Käse-Reibe oder was? Ja, ist es. Das geht einfach viel zu gleich. Was denn? Echt, ich... Habe ich zu viel gestoppt? Was gibt's? Ja, Willi, so etwas gibt es. Haben wir doch keine... Eher. Ich lasse euch mal wieder hier die Sachen machen, die ja Sachen machen. Ja. Prinzessin. Ja. Die sind schon zurecht da, wo sie sind. Hat der Narr bei euch gespannt? Ja, hat er. Er wurde nun von einem Keiler in den Hintern mit den Stoßzähnen gekeilt. Sehr gut, sehr gut. Dann ist das ja ausgeglichen. Nun gut, nun gut. Ich will die euch nicht weiter belästigen, Rohheit. Habt einen schönen Abend. Vielen Dank. Ihr ebenfalls. Da hat es sich völlig recht. Aber dieses Volk hat sich nicht gelassen, als ich bereit war, als für dieses Volk zu sehen. Wie willst du denn jetzt hier gelandet, sag mal? Nein, 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 nein. Er hat durch das Fenster geschaut, als ihr euch umziehen wolltet. Ja, warum konntest du nicht noch ein bisschen warten? Huch, was ist denn hier los? Ich konnte nicht mehr abwarten. Ich musste sie sehen. Ja gut. Es ist zu spät. Also sowas nehme ich nicht mehr mit. Die letzten Würde aus dem Leibbremd. Nein, ich möchte ihnen eigentlich Mut machen. Mut, dass sie noch einmal kämpfen. Für uns alle, ja. Ich brauche ein neun, ähm, ein neun, ähm, Gemächerbeischlafmann. Den können wir uns nicht leisten. Wir müssen jetzt unser ganzes Geld in ein sogenanntes P-Werb investieren, weil eine andere Schenke aufgemacht hat. Befunden. Ja, das verstehe ich. Aber ich kann, also es tut mir leid, allein die, äh, kosten für die Materialien und so. Oh, da bin ich schon weit drüber. Was kann ich vielleicht tun, Mileni? Ja, das kann ich dann nicht. Ich muss das doch bewachen, wie der geht von uns, tut mir leid. Ja, ich, ähm, ich bin doch gerade am Spazieren. Ja, ja, danke, danke. Alles klar, hey, wir hören uns. Oh, ich muss los. Ach, sieh, weil. Mal mit. Wie ist der aktuelle Stand? Nun, ähm, einen Stand besitze ich nicht mehr. Aber du siehst doch relativ edel aus wieder. Nun, das ist Bauernbekleidung, Prinzessin. Au. Ich weiß, euch reicht das. Ja. Mir aber nicht. Mir reicht alles, weißt du, ja. Nun, bist du noch der Diener? Ja. Selbstverständlich. Ich diene dem König und dem Diener der Dienerschaft der Dienerschaft. In Ordnung. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Bitte nicht. Ich meine ja. Wenn du was... Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte. Bitte nicht. Ähm, es ist schon spät. Ja. Ich... So, ähm... Hab deine gute Nacht. So, ähm... Hab deine gute Nacht. Beinah. Sie haben es beinahe geschafft. Ich weiß nicht, was ihr meint. Sessin, darf ich auf die Uhrzeit hinweisen? Ja. Äh... Wie geht's, wenn wir das ein paar Tage... Ich meine, es ist ja auch schon sehr spät und... Ja, aber das schiebt sich auch nicht für eine Frau einfach. Ich habe ihn gesehen. Ich habe einen Geist gesehen. mit einem Schwert. Oh ja, der hat mir ins Gesicht geschrien. Ja, der hat den Vater... Den Vater von der Kirche hat ja den aufgeboxt heute mit dem Schwert. Meiner? Da hinten? War das da hinten? Ich bin... Nee, an den Turm. An den Turm? Wir waren ganz auflussend an eine Bandertur. Der Maester des Königs. Oh, werter Meister. Danke, dass ihr euch... Danke, dass ihr eure Seele verkauft habt. Das hoffe ich nicht getan zu haben. Ich habe sie gefändet in Austausch mit... Hat jemand ein Messer von euch? Ich hoffe, ihr erhaltet ihn so richtig in Seele. Das hoffe ich auch sehr. Euer Majestät, könntet ihr mir eventuell noch kurz erklären, wo ihr die Begegnung mit diesem schwertführenden Geist hattet? An dem Turm, an dem Kadergast einst lebte. Mein Nurian, herzlichen Dank für den Raid. Ich hoffe, ihr seid ein schönes Film. Na, großartig. Warum? Solltet ihr jemals nochmal wieder ein Geist oder ein Dämon sehen, bitte sucht mich umgehend auf. Ich werde heute Nacht die Bücher nach allen Möglichkeiten so durchwälzen, um Geister und Dämonen von unserem wundervollen Land fernzuhalten. Ich glaube, ihr war traurig. Aber ich habe die Befürchtung. Traurig. Geister sind immer traurig, weil Geister keine Ruhe finden. Ich habe meiner Mutter auch schon mal mit dem Geist gesprochen. Und sie war sehr traurig. Wünscht ihr, dass ich morgen mit dem Geist rede? Ja, reden. Nicht angreifen. Reden. Auf keinen Fall. Also, ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt. Hinter uns scheint jetzt ein Dämon eingezogen zu sein. Ich habe eventuell meinen, meine Seele dafür eingetauscht, dass ich Gerechtigkeit verkauf, gefändet, damit die Wache nicht weiter Unrecht an den Hasslingern tun. Die Hasslinger sind meine Familie. Ich stamme von den Hasslingern. Genau darum habe ich meine Seele gegeben, um sie zu beschützen. Ah, ich verstehe. Beschützen. Beschützen. Ja, ganz kurz. Ich möchte mal was einöffnen hier in den ganzen Porten. Hier, ich habe hier schon mit. Hier kriegt das Vigo hier. Vielleicht freuen wir jemanden angezündet. Ob der hat sich angezündet. Und dann haben sie jetzt mit dem Dämon gesprochen. Das ist mein Mitbewohner. Die Frage, die ich mir an der ersten Stelle stelle, sind jetzt viele. Und zwar eine Frage wäre, wer zahlt denn jetzt die Miete für den Dämon, der hier eingezogen ist? Sie haben da jetzt so einen Pakt mit dem hier gemacht. Ich brauche ein Messer. Ah ne, ich kriege ja schon eins besorgt. Ah, egal. Hallo und guten Abend. Hallo Prinzessin. Das ist gut. Ja. Oh, die Prinzessin. Die Prinzessin. Wer von euch ist betrunken? Ich bin nicht betrunken. Ich kling nur so. Ach so. Er klingt nur so. Dankeschön. Warum klingst du betrunken? Das kann ordentlich, stimmt das? Seht ihr? Oh. Ist das nicht ein Flug? Aber wenn ihr euch betrunken? Das ist, ich kenne jemanden, der heißt Paul. Der klingt auch die ganze Zeit so. Oh. Okay. Ja, den habe ich auch schon gesehen. Kann ich bestätigen. Ich nicht. Ja, das dachte ich. Ich gehe dann wieder in den Stall. Die Damen, ich wünsche noch eine wunderschöne gute Nacht. Gute Nacht. Sie können das auf Diskret halten. Genau. Oh. Unsere Prinzessin. Oh, äh, seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Eure Hoheit. Prinzessin. Nun, was macht ihr hier? Ich wollte Ihnen noch was mitteilen. Oh, das ist was. Wir sind das Postamt. Wichtige, wichtige Postgeschäfte täten wir gar nicht. Wie lernt er sich als Sie ausgingen. Ich verstehe. Soll ich Sie jetzt einen Brief schreiben? Ne, ich bin eigentlich nur gerade auf der Suche nach, ähm, meine, meine Begleitung ist mal da abgesprungen für, ähm, die Unterhaltung heute Nacht. Deswegen suche ich gerade noch. Hm. Hat die Begleitung einen Namen? Ähm, ich weiß den Namen nicht, aber der war gerade vorne an diesen, äh, an diesen Runden, ähm, da, dieses Strafbrett da. Und deswegen kann ich den nicht mitnehmen ins Phoenix Haus. Das gehört, das ist eine ganz, ähm, gewiefte Taktik, um Leute zu versetzen. Ähm, ich glaube, Sie können diese Person vergessen. Ja, das werden wir nicht machen. Ja, dann will ich euch gar nicht länger aufhalten. Und? Ja, kein Problem. Wenn wir sie finden, dann werden wir ihr ausrichten, dass Sie nach ihr dringend suchen. Ja, wenn wir uns diese komplett fremde Person finden, dann richten wir ihr etwas aus. Habt Dank. So habt ihr euch wohl. Sehr gerne. Habt ihr euch wohl. Abgeschwitzt auf dem Boden, habt eingestochen und, ja, ganz gerne alle. Ich fühle mich wie so ein Flummi. Von A nach B nach C nach D nach A, B, C, D, A, D, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, B, D, 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 B, D. D, B, 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 D. Ich kann mir nicht vorstellen, die ganze Zeit, äh, so langsam auch zu laufen. Ich brauche Action. Action. Und morgen müssen wir die Haare abmachen. Ja, morgen krieg ich das Messer hier, hoffentlich. Und ich brauch Geld. Ach, wir Zahler bei uns im Hause haben? Wir müssten doch eigentlich unendlich werden. Da müsste den Magister fahren, ich brauch eh, dass wir Geld mit ihm. Und sonst einfach die Steuern erhöhen. Ja. Da freut sich kein Erhaber. Ach. Ein schöner Ort, ihr solltet die Fackeln ausmachen. Wart ihr schon mal hier? Nein. Ihr solltet... Ich hab das jetzt nicht zugelassen. Ich finde, ihr solltet mal... Hier, hier gehe ich fast jeden Tag rein. Einer geht da rein. Links ist derjenige, der zuhört. Rechts ist derjenige, der Beicht abgibt. Jetzt will ich aber richtig was hören. Lorenz, du rufst uns dann bestimmt wieder weg. Nein. Ich will's hören. Seid ihr euch sicher? Ja. Lauf jetzt. Wer ist jetzt? Ja, du wolltest nicht mehr auf Anime-Stimme machen, auch wenn du das wirklich top machst. Nicht nur, weil ich hochrede. Das ist ja keine Anime-Stimme. Das ist RP. Und jetzt? Und du? Oh nee. Ihr einigt euch jetzt. Wer wird zuhören und wer wird beichten? Ich hör gerne zu. Gut, ich will da richtig... Ich hör auch gerne zu. Du! Der hat sich zuerst fürs Zuhören gemeldet. Hinsetzen. So, du beichtest jetzt. Los! Okay. Ähm. Ich beichte, dass ich heute das Doppelte von der Essensration mitgenommen habe. Okay. Aber ich bin gar nicht da. Aber das ganze Essen habe ich der Prinzessin gegeben. Vorhin. Ein ehrenhaftes Anliegen. Okay. Jetzt du! Ich weiß, ich habe mir bei dem Geisterangriff... Danke. Ach, schön. Das ist so witzig. Ähm. Ich finde, wir schlafen heute bei dir. Ja, ich habe dir nämlich ein, ähm, ein kleines Haus gemietet. Wirklich? Ja, wirklich. Ich habe einen Bock, dass du bei mir eine scheiß Werkstatt fennst. Scheiß Werkstatt fennst. Ich habe keine Höhle. Die Höhle war nie dein Zuhause. Wer hat das? Ich laufe hier. Uh, das ist nicht. Mann, ich sehe den ganzen... Ich sehe kaum was. Oh, das Licht! Vielleicht ist das ein Geist. Ich will nicht unbedingt mit dem sprechen. Sind Sie ein Geist? Bist du ein Geist? Ich sag's nicht. Zieh die Hammelbeine lang. Komm ja nicht näher. Ich habe eine Waffe. Oh! Ich bin die Prinzessin! Verdammt nochmal, was leist du denn in der Nacht hier rum? Ich habe keine Waffe. Ich liebe Nachtspaziergänge. Ja. Ist das so? Ja, wir auch. Ich bin die hier anzutreffen, ähm. Sag mal! Prinzessin. Ja. Ja, wir hatten gerade eine kleine Auseinandersetzung mit Dingen im Sumpf. Und deswegen habt ihr ein bisschen Angst. Wissen Sie, wie ich meine? Ja, ich verstehe. Nun, es ist schon spät und ich habe keine... Ich habe keine Begleitung für meine Gemächer. Ja, dann nehmen Sie doch den Pepe. Möchten Sie vielleicht heute bei mir übernachten? Ich habe heute den ersten Tag in meiner eigenen Wohnung. Du willst bei mir nüchtigen? Ich bei Ihnen? Ja. Ja, ja, natürlich möchte der bei der Prinzessin nüchtigen, Herr Pepe. Ach so, ich dachte, ich habe aber jetzt ein eigenes... Ja, natürlich möchte ich das. Gut. Dann los. Schönen Tag. Hallo, Kroll. Meister, bis morgen. Ich komme noch mit. Ach so. Ich könnte auch beides, mir egal. Ach so, ja, wenn ich nicht eingeladen bin, dann gehe ich zu mir. Ist mir egal. Das auch, sind schon eingeladen. Ich möchte nur nicht alleine schlafen. Ich bringe Sie noch zur Tür, sagen wir mal so, ne? Es gibt keine Nacht, die ich alleine verbringe. Wirklich? Ja. Ich war vorhin dabei, als der Hofner ein Mädchen für Sie getrallert hat. Richtig. Ich wollte die ja nicht eigentlich heute ziehen. Ja, aber... Er hat gespannert, als ich bei der Schneiderin war. Und das kann ich nicht dolden. Boah, nee, hat der nicht gemacht. Er hätte ja auch einfach warten können. Das hat er gemacht? Ja. Wie meinen Sie warten? Ja, eigentlich wollte er bei mir nächtigen. Haben Sie ihn wenigstens geköpft oder... Nö. Irgendwas anderes? Ihr müsst wissen, ich bin eine freie Prinzessin. Ich bin eine Freudenprinzessin. Ja. Ja. Ja, ich hab... Und deswegen, ähm... Ja, von vielen wird das verurteilt. Ja. Ich denke, daran ist nichts Verwerfliches. Hat ja niemand behauptet. Ja. Ich hab Ihre Schwester heute schon kennengelernt. Wie sind Sie denn mit der so? Ich hasse Sie. Okay. Sie muss verschwinden. Ja, schöner Abend. Ja, sie muss verschwinden. Ja, ähm... Ja. Ich bin ein Alchemist. Sie kennen mich doch noch. Ich war ein Jahr auf Reisen. Ja. Vielleicht hab ich da den einen oder anderen... Den einen oder anderen Trank. Verstehen Sie, wie ich meine? Oh mein Gott. Die müssen wir morgens essen mischen könnten. Da müssen wir morgen drüber sprechen. Ja. Ich glaub, wir verstehen uns, ja. Oh ja. War der schon mal in den Mauern? Ja, ich als Alchemist war ihrem König mal dienlich. Ich habe einige Tränke an ihn gebracht. Oh, dich hatte ich noch nicht in meinen Gemächern, ne? Ich hörte von ihren Gemächern auf dem Marktplatz. Aber ich war selbst noch nicht dort. Okay. Sehen Sie, dass es sich alle beim Übernachten ist. Sie sollen es sehr prächtig dort haben. Ist es auch. Deswegen zeig ich es gern. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Wo sind Sie hier? In der Stadt. Bitte nacht. Bitte nacht. Sie haben uns ausgereist, sagen wir mal so. Nun, und... Und ähm... Ja? Herr Pepe habe ich in einer Höhle gefunden. Der hat sich dort verlaufen. Sehr dunkel war sie dort. Oh. Und du hast dich nicht verlaufen. Ich habe ihn gerettet und... ...habe ihn als Weise aufgenommen. Ich bin sehr herzlich, glaube ich. Oh. Und du teilst alles mit ihm? Sie haben dafür gesorgt, dass wir uns... Sie haben dafür gesorgt, dass wir uns jetzt näher kennengelernt haben. Aber jetzt, äh... Es war gefährlich. Einfach alleine unterwegs zu sein. Es ist nie gefährlich, wenn ich alleine unterwegs bin. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wir haben auf sie aufgepasst. Ich bin ausgebildeter Eicherminz. Ja, Tottengräber, kommt morgen vielleicht wieder vorbei. Dann haben wir bestimmt wieder einfacher. Mach ich. Gehabt euch wohl. Prinzessin. Achso, ihr habt gar kein Geld. Oh. Willkommen im Adel. Oh. Schlafgut. Neue Majestät, habt ihr... Habt ihr Vermögenswerte bei euch? Äh, nee, gar nichts. Da, äh, das solltet ihr bei euch tragen. Sehr gut. Ähm, ich nehme die beiden, ähm, Herren mit in mein... für beide Gemächer. Äh... Denkt an den Schutz. Was? Erinnert mich dran, dass ich morgen nicht ins Schloss glaube. Ja, wir werden euch dran erinnern. Denkt an den Schutz. Natürlich. Ich hab sie auch lange nicht mehr gesehen. Wie ging es Ihnen über das Jahr? Ich bin halt hier blieb in der Nähe. Guten Abend, Prinzessin. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Also, einfach nur Wache halten. Das kann ich. Da fehlt noch einer. Oh, da ist er. Also, ich, äh... Wie meinen Sie das? Das ist ein interessantes Lanzen-Geficht. Alter. Zum Glück hat mein Auszubildender der Lanze dabei. Ich hab meinen Lanzen. Und die hab ich nicht gestohlen. Für Diebe... sieht das nicht so gut auf dem... Und egal, was ihr sagt, sagt niemals das Wort Mutter. Mutter. Meister, kannst du uns in meine Gemälde abbringen? Ich hab vergessen, wo die sind. Ja, aber selbst verfreilich. Folgt mir rechts an dem Throne vorbei. Nun, eine linke Hand. Mhm. Dann, glaube ich, ist es irgendwo hier. Glaube ich, ist es dieses Zimmer. Ah ja, perfekt. Heilige Mutter Gottes. Ja, gut. Ich kann nicht weiter stören, aber ich... Euer Majestät, vielleicht könntet ihr... ...das noch gebrauchen. Oh, danke. Habt einen schönen Abend. Gute Nacht. Alleine die Decken sind so groß wie meine Wohnung. Das ist ja Wahnsinn. Wirklich, so eine große Bude... ...hat ich nicht immer mit meiner Mutter gehabt. Was ist denn... Verdammt, was passiert hier? Was ist das denn? Hat der da... ...Rosenblätter auf die Bett gelegt? Und hat eine Flasche Wein in der Hand? Kommen wir zur schlechten Stunde? Ich dachte, ich soll heute hier schlafen. Herr Pepe, merken Sie sich dieses Bild, ja? Ich glaube, der Narr hat uns was zu sagen. Sprechen Sie schon. Ich mach mal die Tür zu, ne? Nicht, dass jemand noch reinkommt, aus Versehen. Das ist das denn, das tut mir leid. Du bist gleich hier hingekommen. Sie sind... So wie Gott... ...ich ruft. Ah. Gut, dann... Ich schicke euch nicht mehr weg, dann... ...machen wir einfach... ...bleiben wir einfach alle hier. Okay. Ja, ich kenn den Arja auch schon, ne? Schlafen wir alle im Bett, oder soll ich vor dem Kamin schlafen? Vor dem Kamin, die Weide. Nö, nö, wir können alle im Bett schlafen. Ja, ja. Ich auch für. Ich ziehe dann meine Straßenschuhe aus, ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warum hast du dich denn ausgezogen, Pepe? Erst kommt der Meister. Oh, natürlich, ich tue mir leid. Du ziehst dich sofort wieder an, das kann ja nicht sein. Wo hast du denn deine Ausbildung gelernt? Oh mein Gott! Ich bin nicht so alt, dass ich nicht mehr weiß, was ich denke, ja? Oh mein Gott! Na ja, ich lege mich ja in die Kerzen. Mach die mal aus. Ja, mit Wachle, die sind da schöne Bilder. Seht ihr dieses schöne Bild von mir? Das ist Wahnsinn, ne? Warum haben sie einen Dolch in der Hand, Prinzessin? Ich brauche ihn wieder, das ist sehr wichtig. Ich brauche dieses Messer Dolch zurück. Ich habe das hier. Ja, deine Lanze kannst du wieder einstecken, du Schwein. Ah! Wie warst du denn? Luli, wie seid ihr? Keine Geschichte, lange Geschichte. Ja, wir können uns sehr festlegen. Ja, wir können uns sehr festlegen. Ich dachte, dass wir was besonders. Nun! Schlafen gut! Ja, schlafen gut. Können wir uns auch konzessen? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott!